Schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Körperforum zum Auftakt unserer dreiteiligen Veranstaltungsreihe, die wir wieder in Kooperation mit NDR Info durchführen, an diesem Montag, am nächsten Montag und am übernächsten Montag, mit dem Titel Technik wir und jetzt. Mein Name ist Birgit Glaner und ich leite das Veranstaltungsprogramm der Körperstiftung und ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind, bei dem schönen Wetter, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hierher zu kommen, denn mir scheint bei der heute Abend und an den beiden folgenden Abenden zu verhandelnden Thematik, wenn wir über unseren technischen Fortschritt und unser ständiges Bestreben der Selbstoptimierung sprechen, dass das Stichwort Zeit ein ganz wesentliches ist. Denn spätestens seit der industriellen Revolution sind Innovationen doch ganz wesentlich vom Impuls der Zeitersparnis getrieben, so scheint es mir. Denken Sie an den Telegrafen, die Eisenbahn, das Automobil, den Computer, das Internet und jetzt eben auch die künstliche Intelligenz. Erstaunlich allerdings, dass wir alle sehr viel weniger Zeit zu haben scheinen, als die Menschen, die vor diesen technologischen Errungenschaften gelebt haben. Und vor allem, dass uns ganz offenbar die Zeit fehlt, um den rasanten technologischen Fortschritt wirklich zu begreifen. Wir scheinen unserem eigenen Tempo irgendwie nicht mehr gewachsen zu sein. Schon 1825 schrieb Goethe an einen Freund, und jetzt zitiere ich, Reichtum und Schnelligkeit ist, was die Welt bewundert und wonach jeder strebt. Eisenbahnen, Schnellposten, Dampfschiffe und alle möglichen Fazilitäten der Kommunikation sind es, worauf die gebildete Welt ausgeht, sich zu überbieten, zu überbilden und dadurch in der Mittelmäßigkeit zu verharren. Zitat Ende. Bedeutet Fortschritt also, dass wir immer weiter fortschreiten von uns selbst? Dass wir im Bestreben unserer ständigen Selbstoptimierung und technischen Perfektionierung uns selbst, unser Menschsein, verlieren? Andererseits hat dieses Menschsein eine so hohe Lebenserwartung wie nie zuvor und ist geprägt vom global vernetzten Austausch, der Zeit und Raum ignoriert. Ist das also nicht eine ungeheure Chance, die wir nur richtig nutzen müssen? Darüber wollen wir heute nachdenken und diskutieren. Wie erleben wir eigentlich Innovation? Heute hat die Hannover Messe begonnen, die sich schwerpunktmäßig ebenfalls mit der Vernetzung von Mensch und Maschine im KI-Zeitalter beschäftigt. Wir sind also in bester Gesellschaft mit einem Thema, das nicht nur ganz am Puls der Zeit beziehungsweise der politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Debatte ist, sondern das auch so komplex ist, dass wir es unmöglich in 90 Minuten erschöpfend diskutieren können. Darum nehmen wir uns dafür auch an drei Abenden Zeit, freuen uns, wenn Sie dann wiederkommen. Und dann schauen wir mal, wo wir in drei Wochen stehen. Und darum haben wir Sie auch schon im Vorwege gebeten, da steht es, sich an unserer kleinen Saalumfrage zu beteiligen. Und ich hoffe, Sie haben alle schon zwischenzeitlich Ihre Handys gezückt und sich eingeloggt unter www.menti.com und dann mit diesem Code uns einen Begriff zugespielt, der Ihnen spontan einfällt, wenn Sie sich die Frage stellen, was technologischer Fortschritt eigentlich bedeutet. Bleiben Sie auch gerne eingeloggt. Wir werden im Verlauf des Abends darauf zurückkommen und Sie neuerlich um Ihre Einschätzungen fragen. Und so eine Umfrage wie hier im Saal nur in deutlich größerem Stil beauftragt die Körperstiftung übrigens jedes Jahr, wenn sie in ihrem Technikradar die Deutschen fragt, was sie über Technik denken. Die Ergebnisse können Sie auf unserer Homepage einsehen, wo Sie auch noch viel mehr Informationen und Interessantes zu unserem neuen Arbeitsschwerpunkt Technik braucht Gesellschaft finden, dem wir uns seit Anfang diesen Jahres hier sehr intensiv in der Körperstiftung widmen. Soweit der kleine Werbeblock in eigener Sache. Nun möchte ich das Podium freimachen für unsere Gäste Chris Boos, der noch kommen wird. Er steckt noch im Zug fest. Also so viel Zeitüberwindung gibt es dann doch noch nicht im digitalen Zeitalter, dass wir unsere Gäste hierher beamen können. Aber er ist auf dem Weg. Aber schon da sind, da freue ich mich sehr drüber, Denise Feltner und Thomas Ramge. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und sicherlich uns mit ganz unterschiedlichen Denkanstößen durch diesen Abend begleiten werden, denn Sie bringen aus Ihrem jeweiligen beruflichen Kontext ganz unterschiedliche Perspektiven mit. Herzlich willkommen. Ihre Vorstellung möchte ich aber gleich Ulrike Heckmann von NDR Info überlassen, unserer Moderatorin des heutigen Abends. Die Arbeit mit ihr an der Konzeption dieser Veranstaltungsreihe war in den letzten Wochen sehr intensiv und hat mir, wie auch im letzten Jahr, schon sehr große Freude gemacht. Vielen Dank, Frau Heckmann, dass Sie sich wieder so sehr engagiert haben mit der Zusammenstellung der drei Abende. Ich übergebe Ihnen gerne das Wort, allerdings nicht, ohne Sie alle wie immer einzuladen, nach der Veranstaltung auf ein gemeinsames Glas draußen im Foyer, wo Sie gerne das Gehörte vertiefen, weiter diskutieren können und auch unsere Gäste nochmal befragen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Glaner. Herzlich willkommen auch von meiner Seite Ulrike Heckmann. Ich bin ja namentlich gerade schon vorgestellt worden. Manche werden mich vielleicht auch von anderen Veranstaltungen kennen. Ich überbrücke auch noch mal ein bisschen Zeit, weil Chris Bose noch nicht da ist. So können wir ein bisschen später anfangen. Das Wichtigste zunächst, das mit dem Handy, ist für uns von NDR Info jetzt auch ein Experiment. Ich habe sonst bei Veranstaltungen immer gesagt, bitte das Handy ganz aus, damit wir keine Rückkopplungen kriegen. Aber ich habe mir sagen lassen, das funktioniert gut. Sollten wir wieder erwarten, andere Erfahrungen machen, dann müssen wir das nochmal ansprechen heute Abend. Aber die Bitte an Sie, damit wir ungestört sind von Anrufen, alle das Handy wirklich auf leise zu stellen. Und wer es noch nicht gemacht hat, guckt mal kurz drauf und das wäre ganz schön. Wir haben, glaube ich, noch nicht von allen eine Reaktion bekommen. Wir konnten schon mal ein bisschen lünkern, was Sie denn auf die erste Frage so an Stichworten gegeben haben. Wir werden es nachher auch zeigen. Aber wer sich noch beteiligen möchte, Sie sehen oben, wie Sie sich einloggen können. Ganz wichtige Sache auch noch an formalen Dingen. Wir schneiden das ja wieder mit, diese Veranstaltung. Die Körperstiftung hat die Mitschnitte in guter Tradition auf Ihrer Homepage, wo Sie sich das alles eins zu eins nochmal anhören können. NDR Info hat wie immer den Sendeplatz, das Forum dafür reserviert. Und das ist ein 30-Minuten-Sendeplatz, an dem wir dann eine Zusammenfassung des Abends auch bringen werden. Wir haben auch vor, Sie im Laufe der Veranstaltung zu einem etwas späteren Zeitpunkt auch aktiv um Ihre Meinung zu bitten, beziehungsweise Sie mit diskutieren zu lassen. Mentimeter ist das eine. Und wir haben nachher auch Saalmikrofone, sodass wir da noch drauf zurückkommen können. Ich sage auch an dieser Stelle nochmal ganz kurz was zu der Veranstaltungsreihe. Und dann über das hinaus, was Frau Glaner schon gerade erwähnt hat, wir hatten den Wunsch, die Befindlichkeiten auch aus dem Technikradar, nämlich dass ganz viele Menschen sagen, naja, da passiert gewaltig viel, es ist hochspannend, aber auch ein ganz großer Teil sagt, ich habe so ein bisschen komisches Gefühl, was da geschieht, fühle mich ein bisschen fremdbestimmt bei manchen Entwicklungen, manches macht mir Sorge, ich würde mich gerne einklinken, wie geht es eigentlich, haben wir überlegt, wie kann man das fortsetzen und wie kann man daraus auch eine dreiteilige Veranstaltung machen. Gar nicht so einfach, nicht ganz trennscharf, noch dazu zu gucken, in diesem ganzen weiten Feld, wie findet man Menschen, die zu den unterschiedlichen Aspekten was sagen können, sodass wirklich drei spannende Abende daraus werden, was wir hoffen. Und wir haben uns das so gedacht, dass wir diesen Aspekt, wie können wir uns eigentlich einbringen, vor allen Dingen auf den zweiten Aspekt ausgegangen, aber ich hoffe, das kommt schon gleich wieder, und zwar, indem wir gucken, welche Erfahrungen haben wir mit der Technikfolgenabschätzung, ein furchtbares Wort, aber das ist ein Begriff, der in den USA schon in den 60er Jahren entstanden ist, bei uns in der Hochzeit, Ölkrise, Atomenergie, Tschernobyl etc., Gentechnik, in den 80er Jahren eine große Konjunktur hatte. Was haben wir gelernt aus diesen Instrumenten, haben wir das Richtige an der Hand, Bürgerbeteiligung, direkte Demokratie, alle Stichworte. Wenn wir wirklich mitreden wollen, wie geht das, wie klappt das, und das werden wir am zweiten Abend machen, auch an konkreten Beispielen, unter anderem Stichwort Smart City, autonomes Fahren, Stichwort Zukunft der Mobilität, das sind so Themenfelder, wo wir auch Expertise auf dem Publikum haben werden und etwas konkreter darüber sprechen. Am dritten Abend geht es dann darum, welche Szenarien können wir eigentlich für die Zukunft entwickeln, das heißt ja immer im Silicon Valley passiert ganz viel, neuerdings liest man in China passiert möglicherweise noch mehr oder anderes auf jeden Fall. Was können wir hier in Deutschland besonders gut, wo wird Zukunft bei uns aktiv gestaltet? Wir haben unter anderem das Cyber Valley bei uns vertreten, Stanfordle im Schwabenland, hat die Zeit das mal genannt, das Wort, der Begriff ist eine der größten nach Eigendarstellung Industrie und Forschungskooperationen in Deutschland und auch in Europa mit Beteiligung, Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung, Politik, auch mit großen Unternehmen aus dem Silicon Valley, Amazon etc., die sich da mit engagieren und neugierig geworden sind. Was passiert denn da in Deutschlands Südwesten, in Baden-Württemberg nämlich? Also wir haben einen der führenden Köpfe von der Robert-Bosch-AG mit dabei und wir haben einen Zukunftsforscher, der interessanterweise ursprünglich aus der Theologie kommt, sich jetzt mit Zukunftsforschung unter anderem auch dem Thema KI beschäftigt und auch sagt, wir müssen philosophisch nachdenken über das Menschsein. Also das wird am dritten Abend Thema sein und auch der große Anwendungsbereich Medizin wird konkretes Beispiel werden, weil wir da aus einem anderen großen Forschungs- und Kooperationsverbund, nämlich dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, eine Wissenschaftlerin auch dabei haben, die auch in entsprechenden Gremien der Bundesregierung auch vernetzt ist, was eben Anwendung, Digitalisierung und KI in der Medizin ist. Das wird so der Bereich sein und heute wird es dann zunächst einmal vor allen Dingen darum gehen, eine Grundsatzbestandsaufnahme zu machen. Wo stehen wir? Was passiert da gerade grundsätzlich? Was kann eigentlich KI? Was ist eine Innovation? Um all das soll es gehen heute Abend auch? Müssen wir uns Sorgen machen? Sollten wir uns eher freuen? Wenn ja, wo ist Handlungsbedarf? Also wir wollen heute ein bisschen den Weg bereiten für die beiden Abende, die ich skizziert habe. Sie sind herzlich eingeladen zu allen dreien. Heute sind Sie bereits hier. Das freut uns. Ich bitte meine beiden Gäste, die schon da sind, zu mir auf die Bühne. Und Chris Boos ist hoffentlich jetzt gerade mit dem Zug angekommen und sitzt im Taxi und wird gleich dazustoßen. Herzlichen Dank. Das ist Ihres. Dankeschön. Ja, die große Frage, wir wollten natürlich wissen, technologischer Fortschritt, was ist das eigentlich? Ich fange mal zunächst an mit Ihnen beiden. Denise Feldner ist bei uns auf der Bühne. Sie ist Wirtschaftsjuristin und Innovationsberaterin, beschäftigt sich also auch mit Zukunftstechnologien wie etwa KI. Thomas Ramge ist Wirtschaftsjournalist, ist Autor, auch zahlreiche Bücher. Mensch und Maschine ist eines seiner bekanntesten, schreibt unter anderem für Brandeins, aber auch den Economist und ist auch als Experte in Sachen KI gefragt. An Sie beide, Frau Feldner zunächst, dann Herr Ramge. Stehen wir gerade an einer technologischen Zeitenwende? Also passiert wirklich etwas ganz Gewaltiges gerade? Also wir stehen auf jeden Fall, hört man mich? Bitte meine Kollegen bei der Technik mal noch mal ein bisschen nachzujustieren. Geht das? Also so viel zum Thema, Zeitenwende, technologisch. Das funktioniert immer. Hört man mich? Das war jetzt hier nicht geplant, das ist keine Inszenierung. Aber so erhöhen wir die Chancen, dass wir mit Herrn Boos anfangen zu diskutieren. Hallo? Das funktioniert. Hört man das? Das hört man jetzt. Also neuer Versuch. Wir stehen an einer technologischen Zeitenwende, ist immer wieder zu hören gewesen in den letzten Monaten, auch wenn von Digitalisierung, KI-Anwendung die Rede war. Ihre Einschätzung, Frau Feldner, ist das so? Also wir stehen auf jeden Fall an einer Wegscheide, das ist wohl richtig. Was die Technologie und die technologischen Fortschritte anbelangt, würde ich sagen, dass sie über die letzten Jahrzehnte entwickelt wurden und wir jetzt an einem Standpunkt sind oder an einem Punkt der Entwicklungen, wo aus einer gewissen Quantität technologischer Entwicklungen eine neue Qualität geworden ist. Und wir die dann in der Breite aktuell zu spüren bekommen. Was meine ich damit? Es sind über Jahrzehnte Computertechnologien, Softwaretechnologien entwickelt worden, alle parallel, die wir wenig zu spüren bekommen haben. Es fing an mit Großrechnern in großen Konzernen, dann mit den Personal Computern und mit der Softwareentwicklung, die ab den 80er Jahren dazu gekommen ist. Durch Ausbau der Speichertechnologien, durch das Ansammeln riesiger Datenmengen in den USA, auf den großen Plattformen, in China haben wir jetzt eine neue Technologie befördern können, die künstlichen Intelligenzen, die aber eigentlich im Kern schon viel älter sind und heute jetzt ihre Hebelwirkungen verzeichnen. Und das ist das, was wir meines Erachtens nach gerade spüren und worüber wir als Gesellschaft diskutieren müssen. Herr Ramge. Das werden wir erst in Zukunft wissen, wie groß die Veränderung wirklich ist. Also das Interessante an Zukunftsforschung ist ja, dass man irgendwie aus den Daten der Gegenwart und der Vergangenheit die Zukunft nur dann vorhersehen kann, wenn man es mit linearen Entwicklungen zu tun hat. Und zum Wesen unserer jetzigen Zeit gehört, dass wir den Eindruck haben, dass viele der Entwicklungen, die wir technologisch gerade sehen, nicht linear sind. Nach gerade gehört es zum Wesen der Digitalisierung, zumindest so, wie wir sie in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten beobachten konnten, dass wir sehr schlecht waren im Vorhersagen, was diese Technologie tatsächlich bewirkt. Insofern, ich stimme im Grunde in allem zu, was Sie sagen. Es sieht zurzeit so aus, als ob gerade technologische Sprünge oder technologische Wellen, die sich in den letzten 20, 30 Jahren aufgebaut haben, irgendwie einen neuen Grip bekommen. Also tatsächlich jetzt in Anwendungen möglich werden, die man früher nur irgendwie sich ausdenken oder antizipieren konnte. Und der vielleicht entscheidendste Punkt ist, den wir gerade sehen, ist, dass quasi dank sogenannter künstlicher Intelligenz, die wir wohl besser als maschinelles Lernen oder als statistisches Lernen bezeichnen würden, neutraler, in einer ganzen Reihe Felder etwas möglich ist oder wurde, was bisher nicht möglich war, nämlich die Automatisierung von Entscheidungen. Das ist vielleicht das zentralste oder die zentralste absehbare Veränderung, dass wir schon lange in der Technologie beobachtet haben, wie wir manuelle Tätigkeiten mit Hilfe von Maschinen automatisieren können. Aber jetzt in vielen Kontexten dahin kommen, dass wir Entscheidungen automatisieren können, die bisher nur Menschen treffen konnten. Da kommen wir gleich ausführlich drauf. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, Frau Feldner, noch mal, um zu beschreiben, wieso kommt bei vielen Menschen so ein ungutes Gefühl auf, was das Tempo von Veränderungen anbelangt. Sie machen ja auch Technologie- und Innovationsberatung und das heißt so schön, wir leben in einer VUCA-Zeit. Erklären Sie uns, was das ist. Also das, was Sie gerade sagen, dieses Gefühl, überrannt zu werden von den Technologien, was wir gerade, wie man auch sagt, im alten Europa spürt, liegt ein bisschen daran, dass viele dieser Technologien, die gerade auf uns zukommen, nicht bei uns entwickelt worden sind. Und ich glaube, dass wir sie sehr lange nicht gesehen oder nicht beachtet haben. Bei uns, aus unserem Land insbesondere, kommt ja der Maschinenbau. Das ist das, wofür unsere Wirtschaft weltbekannt ist und auch sehr kräftig ist und sehr stark ist. Das, was wir aber gerade sehen, was breitflächig angewendet wird, kommt eben aus dem berühmten Silicon Valley oder aus China. Und das ist das, was uns so ein bisschen überrollt, wo wir das Gefühl haben, es kommt disruptiv, es kommt schnell und wir sind gar nicht darauf vorbereitet. Also per se ist das kein neues Phänomen. Also wir haben gerade Goethe im Zitat gehört, aber diese Wellen, dass Menschen sich quasi überfordert fühlten von neuer Technologie und das Gefühl hatten, in einer Zeit zu leben, die gekennzeichnet ist durch radikale technologische Veränderungen. Diese Wellen gibt es immer wieder im Grunde seit der industriellen Revolution. In den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre hat der amerikanische Futurist Alvin Toffler ein wunderbares Buch geschrieben mit Titel Future Shock, was genau die gleichen Gefühle der Menschen mit Blick auf die aktuelle Informationstechnologie seiner Zeit, also im Grunde große Mainframe-Rechner, Großrechner, die aus unserer Sicht so gut wie gar nichts konnten, beschrieben. Und vielleicht müssen wir auch ein bisschen demütig sein, ob unter Umständen, zumindest ist das ein Zukunftsszenario, die Veränderungen nicht so groß sind, wie sie sich anfühlen. Der deutsch-österreichische Zukunftsforscher Matthias Horx hat dafür den schönen Begriff der Gegenwartseitelkeit geprägt. Gegenwartseitelkeit bedeutet für ihn, dass wir alle natürlich in wahnsinnig bewegten Zeiten leben wollen, weil es ist ja auch irgendwie langweilig, in langweiligen Zeiten zu leben. Und insofern vielleicht auch bei dem allem so etwas mitspielt wie ein Bias, also eine selektive Wahrnehmung, dass ausgerechnet jetzt sich wieder alles ganz grundsätzlich verändert. Aber ich sage das bewusst im Konjunktiv. Es heißt nicht zwingend, dass wir wieder in einer Zeit leben, in denen Dinge sich genauso grundlegend änderten, wie durch die Erfindung des Wasserklosets, des Penicillins zum Beispiel, des Fahrrads, der Eisenbahn und viele andere technologische Fortschritte, die natürlich das Leben sehr grundlegend verändert haben. Und das Interessante jetzt am intelligenten Umgang mit Daten ist, also der sogenannten KI, dass sie ähnlich wie die Kunststoffe, die Erfindung der Kunststoffe oder ähnlich wie der elektrische Strom eine Querschnittstechnologie sind. Also eine Technologie ist, die im Grunde in jede Branche, in jeden Lebensbereich reinwirkt. Meistens mit der Perspektive, hier werden Entscheidungen automatisiert, sodass sich eben nicht nur irgendwie durch eine einzige Erfindung ein Bereich ändert, sondern durch eine Querschnittstechnologie im Grunde alle Bereiche des Lebens, des Wirtschaftens und der gesellschaftlichen Dimensionen berührt sind. Das wird dann diese revolutionäre Wahrnehmung von Veränderungen. Ich habe eben den Begriff VUCA erwähnt. Ich will das noch kurz erklären. Das ist ein Kunstwort abgekürzt aus den vier englischen Begriffen für volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig. Also wir wissen nicht mehr so ganz genau, wo führt jeweils eine Veränderung hin. Ich komme gleich darauf, was macht eigentlich eine technologische Veränderung wirklich zu einer Innovation. Da sind Sie Spezialistinnen, aber ich will diese Gelegenheit hier an der Stelle nutzen und mal verraten, indem wir das Bild zeigen. Wir hatten Sie ja gebeten, zu sagen, was Sie mit technologischem Fortschritt assoziieren, was das für Sie bedeutet und das, was Sie da sehen, ist das Ergebnis. Jetzt frage ich mal, das ist wahrscheinlich für manche von Ihnen hinten relativ klein. Wer hat Schwierigkeiten, das zu sehen? Mal Handzeichen. Das sind vergleichsweise viele. Auch da improvisieren wir jetzt mal. Ich lese Ihnen ein bisschen was vor. In der Mitte Herausforderungen, neue Möglichkeiten, Erleichterung, Alltagserleichterung, Lebensqualität, Zukunft, Freiheit, Hoffnung, Innovation. Das sind die Hauptstichworte. Und dann kommen drumherum, aber auch noch andere. Ich stehe Ihnen etwas im Weg. Ich hoffe, es geht trotzdem. In der linken Seite Vereinfachung, Zeitersparnis, Bequemlichkeit, Segen und Fluch, Automatisierung, Zwiespältigkeit, Unterstützung, Verheißung, Entwicklung. Dann im nächsten Block oben Ambivalenz, größerer Wohlstand, kritische Begleitung, Leben besser machen, wird der Mensch ersetzt? Wahrscheinlich mit einem Fragezeichen, das hier nicht zu sehen ist. Erleichterung in der Gesellschaft, Rettung, Probleme, Flexibilität, Lösung von Problemen, Naturentkopplung, Überforderung kommt unten ganz klein. Im mittleren Bereich nochmal Arbeitsplatzverlust, höhere Produktivität, Innovationsentwicklung, neue Lösungen für Probleme, Wegfall von Arbeitsplätzen. Jetzt hat sich gerade noch jemand mit eingeschaltet. Es sind jetzt 93, die mitgemacht haben. Sie sehen es. Also wir können das hier noch ein bisschen stehen lassen. Auslaufmodell Lohnarbeit steht hier. Arbeitsplatzverlust, Komplexität. Technologischer Fortschritt bedeutet für viele auch künstliche Intelligenz, steht hier ganz am Rande. Arbeitsplatzverlust kommt dann nochmal. Gutes Leben, mehr Effizienz an der Seite. Also das sind so die Stichworte. Schade, dass es so klein nur ist, aber ich hoffe, Sie haben so ein bisschen Eindruck auch mitbekommen. Optimistische Stadt Hamburg, ne? Ja, also wir... Selbstbewusst seit der Vergangenheit strahende Zukunft. Genau, ich mache jetzt an der Stelle nochmal eine Gegenfrage und bitte mal nur um Handzeichen. technologischer Fortschritt. Wir haben ja eben gesagt, es gibt viele, die Unbehagen spüren. Wem geht es auch so, dass er oder sie Unbehagen spürt bei der Entwicklung, die wir gerade erleben? Es sind doch einige, es sind nicht so viele, wie wir es erwartet haben. Schauen wir mal, wie sich das vielleicht im Laufe des Abends entwickelt. Und ich komme weiter zu Stichwort Innovation. Frau Feldner, was macht eine technologische Entwicklung eigentlich zu einer Innovation? Also technologische Entwicklungen haben ja ihren Ursprung in der Forschung, im Finden neuer Erkenntnis, im Hinterfragen bestehender Dinge, die wir alle gemeinsam miteinander anerkannt haben, dass die so sind. Grundlegende physikalische Gesetze beispielsweise. Und dann gehen Wissenschaftler dran und erforschen Neues, hinterfragen jeden Tag kritisch das, was wir schon herausgefunden haben, um dann irgendwann im besten Falle zu einer Invention zu kommen, zu einer Erfindung, zu etwas wirklich Neuem. Und nach diesem Neuen, das der Forscher oder die Forscherin im Labor, im Forschungslabor, in der Universität oder in der Industrie entwickelt hat, kommt dann meistens die Anwendung oder die Anmeldung eines Patentes. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo man eigentlich in die Innovation eintritt. Das heißt, Innovation hat nicht mehr so viel wirklich mit Kreativität zu tun, sondern Innovation heißt auch schon, dass wir im gestaltenden Prozess sind, in einer wirtschaftlichen Verwertung eines neuen technologischen Produktes oder werdenden Produktes. Das ist dann der Zeitpunkt, wo wir über Innovation reden. Und eine Innovation ist auch in ihrer Fortentwicklung sehr, sehr wandelbar. Sie kommt im meisten Falle erst mal aus der technologischen Entwicklung. Und um sich als Produkt im Markt einen Platz erkämpfen zu können, geht sie dann auch in die gesellschaftliche Diskussion. Und das ist der Punkt von Gestaltung, von Innovation. Aber die gesellschaftliche Diskussion kommt sozusagen erst später? Die schließt sich später an. Üblicherweise schließt sie sich später an. Und ich glaube, wir haben ja gerade über dieses Gefühl der Schnelligkeit und der Überforderung gesprochen. Im Moment ist es so, dass wir viele Innovationen haben, die eigentlich direkt auch in den Markt eintreten. Und wir hier in Deutschland gerade parallel darüber diskutieren, ob wir das eigentlich gut finden. Was ist denn so ein Beispiel für eine Innovation, über die wir jetzt gerade diskutieren? Also ein ganz tolles Beispiel, finde ich, ist immer noch Facebook. Wir haben Facebook alle angefangen zu benutzen und fanden das ganz toll, weil wir mit unseren Freunden vernetzt wurden. Und haben gemeinsam über die Jahre festgestellt, welche Nachteile der Datenverbrauch, das Datenspeichern, das nicht bekannte Daten weitergeben bei Facebook auf uns alle hatte. Das ist meines Erachtens nach ein Beispiel für eine Innovation, für ein Potpourri von Technologien, die wir angewendet haben und gleichzeitig in ihrer Entwicklung kennengelernt haben in einer Anwendung. Und jetzt anfangen darüber zu diskutieren, ob wir das so eigentlich okay finden oder in Europa insbesondere sagen, der Datenschutz spricht unseres Erachtens eigentlich dagegen. Das ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie eine Innovation sich einerseits entwickelt und andererseits, wie wir das gerade von einem sehr frühen Entwicklungspunkt aus alle aktiv eigentlich miterleben. Und auch das Scheitern dieser Innovation miterleben. Herr Romke? Also in der schumpeterischen Definition wird eine Invention, also eine Erfindung zur Innovation, wenn sie im Markt erfolgreich ist. Also tatsächlich schon ein Produkt ist, was Anwendung findet. Und das Interessante ist in der Tat, genau wie Sie beschreiben, dass gewissermaßen die Geschwindigkeit, mit der ein digitales Produkt oder eine digitale Idee zu einem erfolgreichen Produkt wird, so schnell unter Umständen abläuft, dass die Regulierung und die Ethikdebatte und die Technikfolgenabschätzung mit Unterschwierigkeiten hat mitzukommen. Und ganz neu ist auch dieses Phänomen nicht. Also wenn man irgendwie bei der Erfindung des Automobils oder des Verbrennungsmotors mal eine systematische Technikfolgenabschätzung gemacht hätte, dann wäre dieses Produkt natürlich sofort wegreguliert worden. Interessanterweise habe ich neulich bei einer Veranstaltung hier auch bei der Körperstiftung gelernt, dass der Elektromotor ja auch sehr früh schon als Alternative zur Verfügung gestanden hätte, aber einfach nicht so, ich sag mal, nicht so sexy war. Vor allem unter den gleichen Problemen gelitten hat wie der Elektromotor heute, nämlich nicht der Motor war das Problem, sondern die Batterie. Die Technikentwicklung ist im Grunde nur sehr, sehr langsam vorangekommen. Aber vielleicht nochmal an der Stelle zurück zum Innovationsbegriff, Frau Feldner. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass da viel Fehler gemacht worden sind. Welche Fehler sind denn gemacht worden, als es um technologische Neuerungen ging? Den Stichwort gesellschaftliche Auswirkungen, das ist ja noch eine relativ, also auch wenn wir lange Technikfolgenabschätzung schon haben, aber dass das bei Innovationsprozessen quasi mitgedacht wird, das haben wir noch nicht so richtig lange. Und Facebook ist auch kein besonders gutes Beispiel, finde ich. Nein, es ist aber auch ein Beispiel, was halt zeigt, wie wir da hinterhergehangen haben. Einerseits, wir haben es faktisch nicht getan, die gesellschaftliche Debatte geführt und unsere Meinung gebildet und eine Regulierung eingesetzt. Wir konnten es aber in dem Fall meines Erachtens nach auch eine ganze Zeit lang noch gar nicht, weil die Technologie noch gar nicht so weit entwickelt war. Und was sind früher für Fehler gemacht worden? Man sagt so ein bisschen, wenn man aus der aufklärerischen Perspektive auf technologische Fortschritte schaut. Ich finde im Übrigen die Grafik, die wir gerade gesehen haben, ist ja im aufklärerischen Sinne äußerst positiv. Sie alle haben ja auf die Punkte Wissenschaft und Fortschritt mit ihren Begrifflichkeiten sehr fokussiert und darauf eingezahlt. Das ist ja eigentlich das, was die Menschheit errungen hat, als es begann in Europa mit der Aufklärung, dass wir gesagt haben, wir entwickeln uns als Menschen weiter über unsere Selbstständigkeit und unseren Fortschritt. Und dazu gehört der technologische Fortschritt. Und man sagt, dass im letzten Jahrhundert zwischen den 60er bis hin zu den 90er Jahren bei der Implementierung von Technologie, wenn man das aus den vier Grundkriterien der Aufklärung herausdenkt, der Fehler gemacht wurde, dass man Fortschritt allein technologisch betrachtet hat und die menschliche Komponente oftmals ein Stück hinterhergehangen hat und man das nicht diskutiert hat. Sind wir dann an so einem Punkt, wo wir heute sagen können, wir haben ja ganz viele politische Gremien auch. Chris Boos, der gleich dazustoßen wird, ist Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung, der sich gerade getroffen hat. Nur eins der vielen Gremien, die in Berlin von der Bundesregierung ins Leben gerufen worden sind, vor allem im letzten Jahr ist da viel passiert, endlich, sagen viele, immer noch nicht genug, sagen die anderen. Also wird denn da wirklich so die Gesellschaft, der gesellschaftliche Nutzen von Innovation immer gleich mitgedacht oder geht es in erster Linie um wirtschaftliche Aspekte und um die Frage, wie kann unser Wirtschaftsstandort Deutschland überleben, was haben wir da an Möglichkeiten? Also ich glaube, man kann Deutschland nicht vorwerfen, dass es nicht ausreichend Ethikräte zur digitalen Entwicklung zurzeit gäbe. Im Guten wie im Schlechten. Nein, also es ist notwendig, dass diese Debatten geführt werden. Die Frage ist, ob Beiräte immer das richtige Gremium sind und wie viel dann bei sehr viel Mühe, die da reingesteckt wird, dann am Ende auch herauskommt. Das war nicht meine Frage, sondern ob bei Innovationsmanagement, und das fängt ja an, bei letztendlich auch der Beratung von Unternehmen und der Frage auch, was denken Unternehmen mit, geht es denen immer nur um wirtschaftliche Erfolge, so Survivor of the fittest, wer am schnellsten ist, der macht das Geschäft, oder spüren wir da auch eine Veränderung, dass bei dem, was an technologischen Innovationen auf uns zukommt, ein anderes Bewusstsein sich breitmacht für die ganzen Stichworte, die ich eben vorgelesen habe, also auch die Chancen, die damit verbunden sind, Entschuldigung, beziehungsweise auch die Risiken. Frau Feldman. Absolut. Insbesondere der von mir vorhin genannte Fall, den ich jetzt leider wieder bemühe, Facebook und Cambridge Analytica sind ein gutes Beispiel dafür, oder Fehlschläge, die wir erlebt haben, die dazu führen, dass Unternehmen das heute auch anders denken. Es gibt auch bereits viele Aktivitäten im Bereich autonome Waffensysteme, in den Bereich der großen IT-Konzerne, wo sich Unternehmer zusammengeschlossen haben und Aufrufe an Politik gestellt haben oder formuliert haben und auffordern, dass es Regeln gibt, die Ethik und Gesellschaft mit berücksichtigen. Da gibt es, das findet seit den letzten zwei Jahren ungefähr, findet das eigentlich auch aus dem Bereich heraus schon sehr stark statt, dass Unternehmer sagen, wir wollen auch reguliert werden, wir wollen gar nicht so freigelassen werden. Und insbesondere gibt es mittlerweile auch eine Bewegung, die ich wahrgenommen habe im Beratungsspektrum, dass man sagt, die sogenannte Corporate Social Responsibility, die es seit geraumer Zeit gibt, also die Verantwortung eines Unternehmens für die Gesellschaft, Bildungsprogramme von Unternehmen, die eingeführt worden sind, auf den digitalen Bereich zu übertragen. Das heißt, ich sehe eigentlich eine neue Entwicklung, die dahingeht, dass Unternehmen sich damit beschäftigen und das weiter auch mit berücksichtigen. Was ich gelesen habe, ist auch, dass sich bei den Investoren etwas tut. Ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung, die Macht des Geldes, hieß die Überschrift, beschrieb, dass Investoren bei Kapitalanlagen zunehmend ökologische und soziale Folgen berücksichtigten. Und dass das auch die Finanzströme in ganz neue Bahnen lenken könnte, das beschäftigt auch die Bundesregierung. Ende Februar gab es dazu auf Staatssekretärsebene auch eine Sitzung, die sich mit solchen Geschichten befasst haben. Und ein Beispiel, das da diskutiert wurde, kommt aus der Schweiz, wo eine Investorengruppe den Rohstoffkonzern Glencore, der massiv in Kohleminen investiert, dazu gebracht hatte, sich auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu verpflichten, weil sie massiv mit Finanzabzug sozusagen gedroht haben. Also ein Beispiel, wo sich etwas tut. Ich finde das eine bemerkenswerte Meldung. Und ich denke, in meiner Wahrnehmung ist das eher noch eine kleine Geschichte. Ich sage an der Stelle herzlich willkommen, Chris Brust. Wir haben das gut überbrückt jetzt hier. Mach aber, Sie müssen sich jetzt hier einfügen. Bevor Sie, Sie dürfen mal durchschnaufen noch. Ich bleibe noch mal ganz kurz, weil ich Ihre Einschätzung noch mal haben möchte, Frau Feldner, das Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe. Sie machen Innovationsmanagement, haben das auch studiert als Spezialisierung auf Ihr Jurastudium hin. Ist das ein Einzelfall oder würden Sie sagen, da tut sich wirklich etwas? Und letztendlich wir alle, die wir uns mit Geldanlage persönlich befassen, haben ja die Möglichkeit auch zu überlegen, wo investieren wir, wo wollen wir unser Geld anlegen und haben ja durchaus auch da, wenn auch im Kleinen die Möglichkeit mitzugestalten? Wie sehen Sie das? Also ich denke, es ist kein Einzelfall. Es gibt solche Bewegungen im Umweltbereich, ganz besonders. Es gibt auch im Finanzbereich, dass man nachhaltige Finanzprodukte ins Portfolio aufnimmt, um das eigene Image zu stärken. Und da kommt es sozusagen, wo ist das Interesse eigentlich der Konzerne, denen man ja vorwirft, dass sie rein wirtschaftlich denken, profitorientiert, gegen die Gesellschaft, eigensüchtig und so weiter. Wo kommt eigentlich deren Interesse her, so etwas zu tun? Also die Frage zu stellen, haben Sie ein Eigeninteresse dafür? Ich meine, ja, das haben Sie. Denn wenn Ihr Image kaputt ist, werden Sie Ihr Produkt auch nicht mehr gut losbekommen. Wir sehen gerade jeden Freitag die jungen Leute auf die Straße gehen, für die Umwelt demonstrieren, den Politikern sagen, ihr müsst etwas ändern. Das ist schon eine Stimmung in der Gesellschaft, die die Konzerne auch aufnehmen, einen Schrägstrich aufnehmen müssen. Und auch hier wieder das furchtbare Beispiel Facebook. Mark Zuckerberg hat ja jetzt einen Vorschlag gemacht, wir brauchen internationale Regulierung. Macht er sich ja nicht freiwillig, würde ich jetzt nicht erwarten. Aber es zeigt einen Wandel an. Und ich glaube, dass wir diesen Wandel tatsächlich ernst nehmen können. Und der wiederum kann durch Bewegungen aus der Bevölkerung, durch Verstärkung dieser Tendenzen, dieser Wünsche aus der Gesellschaft heraus, auch noch viel stärker gemacht werden und wird damit auch durchsetzungskräftiger. Jetzt habe ich mal die chinesischen Konzerne außen vor gelassen. Auf die kommen wir sicherlich noch zu sprechen. Chris Boos, herzlich willkommen, dass Sie da sind. Wir haben gerade darüber gesprochen, wo stehen wir eigentlich? Erleben wir eine Zeitenwende? Oder wie ist der technologische Fortschritt eigentlich zu bewerten? Was passiert da jetzt im Moment? Und wir haben auf jeden Fall gehört, dass es eher revolutionär und nicht mehr so evolutionär, also etwas schneller im Tempo stattfindet. Ich darf Sie auch kurz vorstellen, Sie sind ja einer der Pioniere der künstlichen Intelligenz in Deutschland, sind CEO von Arago, einer Firma, die seit 1995 existiert, aber erst nach vielen Jahren ein kommerzielles erstes Produkt auf den Markt gebracht hat, nämlich die Plattform Hero. Und Sie bieten KI-Lösungen für Unternehmen an. Was genau kann Ihre Software? Wenn man das kurz machen möchte, wir automatisieren absolut alles. Es geht bei uns insbesondere darum, dass das Wissen, was in den Menschen, in Unternehmen ist, ich meine Unternehmen existieren ja, weil sie irgendetwas wissen, zu benutzen, um Dinge zu automatisieren, sodass man nicht nur aus Daten lernen muss, sondern eben aus dem, was Menschen dort haben. Ich stelle mir das so als Multiplikator von dem vor, was Menschen sonst sind. Und wir wenden das wirklich quer durch die Bank an. Das ist egal, ob das beim Tiere füttern geht, damit man denen eben weniger nutzlose Antibiotika oder Enzyme reinschieben muss oder von Planen von Baustellen betreiben, von IT-Systemen erzeugen von Versicherungsprodukten. Da ist wirklich alles mit dabei. Sie haben sich vorgenommen, die Welt besser zu machen. Das ist so eine Ihrer Missionen, Menschen zu helfen, auch Dinge, dass sie auch arbeitlos werden, die sie eher belasten. Schildern Sie das mal mit Ihren Worten. Ich habe das jetzt arg verkürzt. Ich finde, es gibt eine einzige Ressource, die jeder von uns hat, mit der wir unglaublich schlecht umgehen. Und das ist Zeit. Und wir verbringen unglaublich viel unserer Zeit in Dinge zu tun, die uns weder glücklich machen noch irgendeinen Sinn bringen. Und das ist ganz interessant, wenn man das sieht. Also sogar die Depressionsrate in Hochindustrieländern wie in unserem ist ja höher als die in Bürgerkriegsländern. Das finde ich schon frappierend. Und man kann das auch so schön sehen, mit welcher Lust manche Leute an ihre Jobs ran. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir Menschen dazu zwingen, Jobs zu machen, also Menschen zu arbeiten wie Maschinen. Wir wollen, dass sie genauen Vorschriften entsprechen. Und wir wollen, dass sie komplett vorhersagbar sind. Und wir wollen am besten, dass sie alle gleich sind und so weiter. Und wir kappen komplett das ab, was Menschen eigentlich ausmacht, nämlich dass sie divers sind, dass sie Dinge unterschiedlich angehen, dass sie unterschiedlich über Sachen nachdenken. Diesen ganzen Teil, der uns so menschlich macht, den nehmen wir weg. Und deswegen glaube ich, die Menschen müssen unbedingt ihre Zeit zurückkriegen, damit sie mit ihr was Sinnvolles tun können. Sie haben Ihre ersten Computerprogramme, habe ich gelesen, mit acht Jahren geschrieben, waren der typische Nerd in der Schule, sagen aber, wir sollten die Entwicklung nicht den Nerds überlassen. Das müssen Sie erklären. Sehen Sie, also wenn ich die eigene Karriere anschaue, viele Jahre lang hat man uns wunderbar zufriedengelassen in irgendwelchen Kellern, umgeben von Bildschirmen und wir konnten tolle Forschung machen. Und dann kommen auf einmal Leute und fragen die Nerds, wo soll es morgen hingehen? Und wir alle so, was? Völlig erschrocken. Am Ende des Tages... Mach Sie das nicht ein bisschen stolz? Ich habe eben erzählt, Sie sind im Digitalrat der Bundesregierung und er hat jetzt gerade am Donnerstag getagt. War nicht so ein angenehmes Klima, habe ich gelesen, aber... Das ist immer die Frage, wo es herkommt. Aber der Digitalrat existiert ja auch darum, ein bisschen Zunder zu machen. Natürlich ist es schön. Auf der anderen Seite, die Themen, die wir hier angehen, also einen wirklich wirtschaftlichen Umbruch, und ich bin da völlig dabei, wir sind vor einem Umbruch und nicht vor einer Evolution. Das sind Themen, die Gesellschaften betreffen, nicht Nerds. Und die muss auch eine Gesellschaft ganzheitlich entscheiden. Viele, die man fragt, jetzt haben den Eindruck, die Impulse kommen vor allen Dingen aus dem Silicon Valley. Stichwort China ist heute auch schon ein paar Mal gefallen. Ihre Firma sitzt in Frankfurt, aber Sie haben auch eine Dependance in San Francisco, genau gesagt in Redwood City, also ganz nah am Valley. Sind das die Personen dort, die uns sozusagen die Richtung vorgeben? Es war in einer großen Dokumentation des ZDFs vor zweieinhalb Jahren die Rede von den Herren im Silicon Valley, die die Welt verändern. Ist das so? Teilweise ja schon. Also die Freiheit, die es dort gibt, neue Dinge zu tun, die hat man bei uns nicht. Also es gibt ja auch sehr viele deutsche Gründer, die, weil sie hier in x-Zeiten nicht vorankommen, umziehen und dann dort drüben weitermachen. Also wenn man sich mal überlegt, dass im Land der Automobile, was wir ja nun mal sind, der Mensch, der das Google-Auto nicht nur initiiert, sondern auch funktional gemacht hat, auch ein Deutscher ist. Das kann man lange durchdiskutieren. Die Freiheit, die dort existiert, ist einfach für Leute, die Innovation betreiben wollen, riesig. Es ist sehr bedauerlich, dass wir da überhaupt nicht keine Ambition haben, mitzuhalten. Also ich bin sehr bewusst aus dem Valley zurück nach Deutschland gekommen, schlicht und einfach, weil ich glaube, dass man hier viel besser leben kann. Also was ist, wenn der Nachbar nicht einen Gunwreck hat, wo irgendwie die Knarren da sind, wenn die Kinder nicht auf eine Schule gehen, wo alle Millionäre sind und ihnen das richtige Leben lernen und all diese ganzen Sachen. Das ist schon nicht schlecht hier. Und wir tun immer so, als sei das ganz grausam. Wir haben ein bisschen ein Risikoprofilproblem, wir trauen uns nicht zu machen, dass das mal schief gehen könnte. Aber ansonsten ist es doch klasse hier. KI, künstliche Intelligenz, gilt als eine der innovativen Technologien. Herr Ramger, Sie haben in Ihrem Buch, das ich vorhin erwähnt habe, Mensch und Maschine geschrieben, die erlebt gerade ihren Kitty Hawk Moment, die Forschung. Erzählen Sie uns, was Sie meinen. Also das hängt im Grunde direkt zusammen mit dem, was Sie vorhin angefangen haben. Der Kitty Hawk Moment war im Grunde in der Luftfahrt der Moment, wo nachdem Luftfahrtpioniere über Hunderte von Jahren versucht haben, dass Menschen fliegen können, es plötzlich geschafft haben. Zwei Brüder in Kitty Hawk, also einem Ort an der amerikanischen Ostküste, an den Outerbanks plötzlich geschafft haben, mit einem Motorflug 50 Meter zu fliegen und beim nächsten Versuch 100 Meter. Und 20 Jahre später gab es eine ganze Luftfahrtindustrie. Und die Frage ist, und so sieht es zurzeit aus, dass Menschen versuchen, seit ungefähr 60 Jahren an etwas zu arbeiten, wo Computer in sehr erheblichem Umfang Dinge können, die bisher nur Menschen konnten, nämlich Entscheidungen treffen. Und jetzt können sie es plötzlich. Sie sind immer wieder gescheitert, sind immer wieder auf die Schnauze gefallen, diese Computerpioniere. Und jetzt sehen wir plötzlich, dass viele Technologien den Reifegrad erreicht haben, dass sie ganz vieles im Sinne einer Querschnittstechnologie möglich machen. Und das ist das, was ich in dem Buch als Kitty Hawk Moment der KI bezeichne, dass es auch jetzt sehr schnell gehen könnte. Weil die Grundlagen, weil Grundprobleme, harte Nüsse, an denen die KI-Wissenschaftler über 60, 70 Jahre gescheitert sind, plötzlich funktioniert haben. Plötzlich können Computer Sprache verstehen oder zumindest Sinnzusammenhänge in Worten finden, die sie vorher nicht konnten. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Ist die wirklich intelligent? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Also auf die Frage kann man nur mit einem Witz antworten. Bei den KI-Leuten heißt das immer nur künstliche Intelligenz-Gänzen nicht funktioniert. Sobald das funktioniert, kriegt es einen echten Namen, so wie Gesichtserkennung oder sowas. Also es ist ein ganz schlechtes Wort. Es ist ein ganz schlechtes Wort, weil es ja auch immer suggeriert, dass man da irgendetwas hätte, was einen eigenen Willen hat und vielleicht auch eigene Ziele. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Das sind immer noch Maschinen. Das sind Maschinen, die jetzt kompliziertere und vor allem komplexere Antworten geben oder auch Entscheidungen treffen. Entscheidungen haben wir Maschinen vorher auch schon überlassen in irgendwelchen Regelwerken. Jetzt sind die Regelwerke halt viel schwieriger oder gar nicht mehr erklärbar. Da sind aber auch Leute, die sagen, das wird noch viel weiter gehen. Ich nenne Jürgen Schmidhuber, ein deutscher auch, KI-Forscher, der ehemaliger Professor an der Technischen Universität München war, jetzt wissenschaftlicher Direktor an einem Schweizer Forschungsinstitut für KI. Der spricht von Super-KIs, die irgendwann den Weltraum bevölkern werden und möglicherweise eine eigene Zivilisation gründen werden. Und er meint es ernst. Ich finde, das ist eine wunderbare Erklärung, die Jürgen abgibt, weil er auf seine etwas wissenschaftliche Art versucht, den Leuten die Angst zu nehmen. Das Gegenteil ist leider häufig der Fall. Aber was er sagt ist, guck mal, sollte tatsächlich mal so eine Maschine entstehen, dann ist die nicht wie wir beschränkt an Sauerstoff und Wasser gebunden. Und wenn die ihre eigenen Ziele hat, dann wird die einfach sofort sich hier vom Acker machen. Also das ist, was das Thema ist. Aber man kann nicht sagen, ob es in 100 Jahren oder wann auch immer eine KI mit einem eigenen Willen gibt. Wir wissen ja noch nicht mal, was das Selbst ist oder eigene Wille. Also das kann uns keiner erklären. Und ich finde, wir sollten uns auch mit den naheliegeren Sachen beschäftigen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Wahrscheinlichste, was uns von der Erde runterhaut, wir selbst. Damit sollte man sich auseinandersetzen. Und das, was KI momentan für uns tut oder was anfängt zu passieren, ist eine wirkliches auf den Kopf stellen des Wirtschaftssystems, weil die Industrialisierung ja außer Kraft gesetzt wird. Also das, was wir vorher brauchten, um irgendetwas günstig zu tun, nämlich den Skaleneffekt, den braucht KI nicht mehr. Also typisch industrielle Produktion, und es ist egal, ob man Waren oder Dienstleistungen erstellt, sondern man findet raus, was man machen möchte und dann beschreibt man die Lösung, wie das geht. Und in der KI sagt man nur noch, was man machen möchte und die sucht die Lösung selber. Und das hat natürlich erhebliche Auswirkungen auf das Wirtschaftssystem. Und ich denke, damit würde es sich lohnen, zu beschäftigen, und zwar aus zwei Gründen. Und ich fange mal mit dem deutschen Negativen an, oder? Das Erste ist, da kann man ganz schnell seine Superposition, die man in der Welt hat, verlieren, wenn man da nicht dabei ist. Aber noch viel schöner ist, wir könnten vielleicht auch so ein paar ernsthafte Probleme, die uns als Menschen und Gesellschaft umtreiben, mal beheben, wenn wir das aus einer neuen Perspektive kriegen. Ganz kurz noch mal zum Verständnis. Ich habe eben Jürgen Schmidhuber erwähnt. Der ist sicherlich eine extreme Stimme, aber nicht die einzige Stimme, die über solche Szenarien nachdenkt. Sie haben das ganz schön unterschieden in zwei verschiedene Gruppen der KI-Forschung herange in Ihrem Buch. Hart und weiche. Ja, oder starke und schwache wäre die traditionelle Klasterung oder Aufteilung. Also unter starker künstlicher Intelligenz, der amerikanische Fachbegriff ist Artificial General Intelligence, AGI, beschreibt man im Grunde das, was Schmidhuber im Grunde als Vision hat. Und Chris, er sagt ja nicht, das könnte passieren, sondern er sagt, es wird passieren, es ist nur eine Frage der Zeit und man weiß nicht genau was. Da gibt es sehr seriöse Stimmen, die das nicht so sehen. Die glauben, es wird zu dieser künstlichen Intelligenzexplosion von Maschinen, die in der Lage sind, sich selbst so schnell zu verbessern, dass sie irgendwie den Menschen in sämtlichen Dimensionen in ihrem Wissen und Können überschreiten, dass das vielleicht auch nie passieren wird oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nie passieren wird. Aber das ist im Grunde nach wie vor Science Fiction. Es gibt keinen seriösen KI-Wissenschaftler, inklusive Herrn Schmidhuber, der einen schlüssigen Weg beschreiben kann, wie es zu einer starken künstlichen Intelligenz mit den Mitteln, die wir heute kennen, kommen könnte. Aber das, was wir sehen, ist ein Erstarken der sogenannten schwachen künstlichen Intelligenz oder besser formuliert der spezifischen künstlichen Intelligenz, also all diesen Assistenzsystemen, bei denen Maschinen aus Daten lernen und Dinge simulieren, die bisher irgendwie nur Menschen konnten. Was kommt denn da auf uns zu an Veränderungen in der Arbeitswelt? Frau Feltner, wenn Sie Management betreiben, Innovationsmanagement, was sind da die Szenarien, vor die Sie sozusagen auch Ihre Klienten, mit denen Sie zu tun haben, stellen? Also das ist eigentlich ganz einfach. Die Arbeitswelt entwickelt sich organisch um oder weiter. Das heißt, so mit dem Zuge, wie Technologien in Unternehmen reinkommen, werden Arbeitsplätze auch verwandelt. Und das ist eigentlich ein aktiver Prozess. Und das ist eigentlich, das ist das Wichtige, wenn man mit Unternehmern spricht oder mit anderen Personen, die ich berate, dass es als organischer Prozess begriffen wird, bei dem man unbedingt die Belegschaft, die Mitarbeiter mitnehmen muss, mit denen das gemeinsam entwickeln muss. Denn die Arbeitsplätze werden nur von heute auf morgen wegfallen, meines Erachtens nach, wenn wir verpassen, uns darauf vorzubereiten, wenn wir Institutionen darauf nicht vorbereiten und Arbeitsplätze nicht darauf zuschneiden. Nur dann fallen die weg, weil die Personen, die auf diesen Arbeitsplätzen sitzen, nicht die richtigen Skills haben, die sie anwenden müssen, um diese Technologien verwenden zu können oder einbinden zu können in Prozesse. Das heißt, es ist eine Fortentwicklung zwischen Mensch und Technologie. Und hier haben wir beides miteinander. Es wirkt beides miteinander. Und so werden sich auch die Arbeitsplätze meines Erachtens nachentwickeln in bestehenden Institutionen. Dazu gibt es neue Arbeitsplätze, von denen wir auch schon Kenntnis haben. Da sind auch einige dabei, die wir alle nicht so total gut finden. Das sind die Content Moderators auf den Social Media Plattformen, sind auch schon in den Medien gewesen. Letztes Jahr gab es einen Dokumentarfilm darüber, The Cleaners. Kann man sich auch mal anschauen. Das ist eine Art von neuem Arbeitsplatz, den wir vielleicht nicht so breitflächig sehen wollen in unseren Gesellschaften. Aber im Kern ist es eigentlich so, wenn wir selbstbewusst mit dem Ankommen dieser Technologien umgehen wollen, es handelt es sich um einen organischen Prozess, den eine Organisation oder eine Institution auch aktiv gestalten kann. Andererseits reden wir gerade über revolutionäre Prozesse und das klingt mir jetzt sehr nach einem beruhigenden Programm, was Sie als Beraterin natürlich auch erst mal so darstellen, wahrscheinlich um möglichst viele auch mitzunehmen, so wie Sie es selbst eben gerade formuliert haben. Chris Boos, Sie sagen, durch die Entwicklung, die wir haben, fortschreitende Digitalisierung, mehr KI, neue Möglichkeiten, künstlicher Intelligenz, gehen 80 Prozent der Arbeitsplätze verloren? Also zunächst einmal, ich glaube nur, also man muss in zwei Antworten geben. Die erste Antwort ist, ich glaube, wir reden über das völlig Falsche, weil diese... Bleiben wir mal kurz bei den Zahlen. 80 Prozent, darauf lasse ich mich festnageln, das ist in Ordnung. Die Frage ist nur, wo gehen die verloren oder wann gehen die verloren? Wir haben heute einen Status quo, den kennen wir ungefähr in so einer industrialisierten Gesellschaft. Wir können sagen, alles, was nicht menschliche Kommunikation erfordert, kann Maschinen auch machen und übrigens sehr zum Leidwesen der Traditionalisten, es fängt diesmal eben nicht bei dem Blue-Collar-Labor an, sondern es fängt wirklich bei den schwierigsten Jobs oben an, weil alles, was für Maschinen leicht ist, ist für Menschen schwer. Aber und das können wir machen und das Endergebnis ist doch, glaube ich, relativ unstrittig. Da gibt es ein paar, die behaupten, nein, es gibt überhaupt keine Arbeit mehr danach. Aber ich glaube, so zu denken, ist wirklich komisch, weil wenn wir heute alle Arbeitsplätze abschaffen und es gibt dann keine Arbeit mehr, dann muss ja alles, was wir heute, alles, was zu tun ist in unserer Welt, muss ja heute schon erledigt werden. Dann gibt es auch keine Arbeit mehr, wenn wir die heutige Arbeit abschaffen. Wer diese Einstellung wirklich hat, die Drogen, die der nimmt, will ich unbedingt mal probieren. Also wenn man nach außen schaut, es ist doch so viel zu tun, egal ob lokal oder global, es kann gar nicht sein, dass uns die Arbeit ausgeht. Also es ist so viel zu tun, dass wir sind gerade mal so, uns dabei, unseren, wenn Sie mal ein paar Beispiele, an die Sie gerade denken. Naja, also ich meine, schauen Sie sich die Kids an, die am Freitag auf der Straße sind, die haben schon recht. Eigentlich sollten wir verdammt nochmal 50 Prozent unserer Arbeitskraft in die Erhaltung des Planeten stecken und nicht in der Erhaltung der Autobahn. Und deswegen, ich glaube, das kann man also wirklich statistisch beantworten, die Arbeit, es geht definitiv, gibt es genug Arbeit für uns. Die interessante Frage ist, was passiert in der Transition? Das war doch schon immer die interessante Frage. Was passiert in dieser Übergangszeit? Und da möchte ich gerne zwei Antworten geben. Das Erste ist, es ist eine totale Fehleinschätzung zu glauben, dass ein System, was sich dramatisch verändert, so irgendwie so eine langsame Warnung gibt. Also sagen wir mal, wir sind jetzt irgendwo hier oben und da geht es ein bisschen runter und noch ein bisschen und so weiter und so fort. Also jeder, der sich irgendwie mit Systemdynamik mal beschäftigt, sieht, dass wenn ein stabiles System kollabiert, das erst nochmal schön nach oben geht und dann fällt es ab. Und mit dieser Situation muss man doch umgehen. Und normalerweise, wenn Sie sich einfach weit in der Geschichte zurückgehen, da haben Sie auch schöne Bücher, dann sieht man, dass es diese Veränderungen ja schon häufig gab. Und meistens war es so, dass dann die ganz wenigen, die irgendetwas mit dieser Veränderung zu tun hatten, die die Kohle vom Tisch genommen haben und dann ganz langsam das Geld wieder ausgegeben haben. Und bis sie angefangen haben, das Geld wieder auszugeben, waren alle ziemlich schlecht drauf. Das Interessante, was es diesmal gibt, ist, wir und das ganze Wirtschaftssystem steht ja schon unter Angriff. Also ganz ohne Einführung von KI gibt es heute sehr wenige Firmen in den USA und in China, die eigentlich jede Industrie angreifen kann. Und das auch tun, weil die auch dem Wachstumsdekret unterliegen. Die marschieren langsam ein und die ältesten Industrien zuerst. Ich meine, warum braucht man selbstfahrende Autos? Das ist ja nicht, selbstfahrende Autos braucht man nicht, damit man im Auto Pizza essen kann, sondern weil das Wirtschaftsgut Auto insgesamt zwei Prozent seiner Lebenszeit genutzt wird. Wir kaufen uns teuerste Maschinen und dann nutzen wir die 98 Prozent ihrer Zeit stehen die rum und verlieren Wert. Und deswegen braucht man selbstfahrende Autos. Würde das die Autoindustrie jemals selbst bauen? Natürlich nicht, weil man dann weniger von den Blechdingern verkauft. Und deswegen kriegt man von der Seite diese Angriffe in die Industrie rein. Es gibt Untersuchungen, wenn Facebook ein Bankkonto eröffnen würde und alle Regularien implementieren, wäre das 97 Prozent günstiger als ein Bankkonto bei einer klassischen Online-Bank zu produzieren. Und wenn Ihnen das als Bäcker passiert und irgendwie nebendran der Bäcker aufmacht, dass sein Brot 97 Prozent günstiger passt, ist Salesforce eine Alternative. Kommen wir noch mal kurz zu den Veränderungen am Arbeitsmarkt. Herr Ramke, gibt es Studien dazu, die wirklich verlässlich sagen, was da auf uns zukommt? Nein, nur Chris kennt die Zukunft mit seinen 80 Prozent. Alle anderen betreiben Kaffeesatzleserei. Nein, es gibt natürlich immer wieder zitierte Studien, die schauen in der Regel systematisch nach, welche Art von Tätigkeiten von bestimmten Berufen wären schon heute bei vollem Einsatz der verfügbaren Technologie automatisierbar. Und dann kommt man relativ schnell irgendwie so auf so Zahlen von schon heute ließen sich irgendwas je nach Studie zwischen 30 und bis zu 60 Prozent von Tätigkeiten automatisieren, was aber nicht automatisch bedeutet, dass dann auch 30 bis 60 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen würden, weil nur ein Teil der Tätigkeiten in der Regel von bestimmten Berufen Berufsbildern schon heute automatisierbar wären. In der Tat ist es so, dass historisch gesehen es immer so war, dass wenn Technologieumbrüche Automatisierungsschübe ausgelöst haben, die dann dazu geführt haben, dass bestimmte Tätigkeiten nicht mehr notwendig waren, dass zumindest mit einer bestimmten Zeitverzögerung Menschen klug genug waren, neue Berufsfelder und neue Tätigkeiten zu erfinden, sodass am Ende mehr Arbeit für alle da war. Also nicht nach dem Motto, wenn Maschinen schwere Arbeit übernehmen und die Fabriken irgendwie dann plötzlich Autos produzieren, dann braucht man vielleicht am Anfang etwas weniger, braucht man weniger Arbeitskräfte als in einer Automanufaktur, aber hinterher braucht man die ganzen Marketingleute und die Lohnbuchhaltung und so weiter, die dann die Wissensarbeit erledigen. Das Interessante an der jetzigen Diskussion ist, dass zumindest jene, die eher düster in die Zukunft schauen, was die Zukunft der Beschäftigung angeht, sagen, menschliche Arbeit besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen, nämlich manuellen Tätigkeiten oder körperlichen Tätigkeiten und kognitiven Tätigkeiten. Die empathischen lassen Sie mal außen vor, machen wir das auch, aber jedenfalls sagen Sie, wenn Chris recht hat, dass ein hoher Teil auch der kognitiven Tätigkeiten des Menschen in der Berufswelt automatisierbar ist, dann blieben auch nur noch die empathischen Fähigkeiten oder vielleicht in Teilbereichen die kommunikativen Fähigkeiten, was natürlich zusammenhängt. Und das ist eine interessante Frage. Kann es sein, dass es diesmal anders als bei anderen technologischen Entwicklungsschüben es nicht zu Mehrarbeit kommt, weil die Mehrarbeit bis dato immer im kognitiven Bereich lag? Und das könnte diesmal anders laufen. Wir haben, das möchte ich an der Stelle auch gleich sagen, eine weitere Frage vorbereitet, wo wir auch Ihre Einschätzung haben wollten, nochmal mit Mentimeter. Die bezieht sich genau auf die Veränderungen am Arbeitsmarkt. Und wir wollen von Ihnen wissen, wie Sie das einschätzen, was für Sie die wahrscheinlichsten Szenarien sind. Also fest steht, Digitalisierung wird fortschreiten. Auch der Einsatz von KI. Es gibt immer mehr neue Möglichkeiten. Es wird alle Tätigkeiten, alle Branchen betreffen. Drei Szenarien. Szenario Nummer eins. Sie sollen sich für das entscheiden, was Sie am wahrscheinlichsten finden. Szenario Nummer eins. Nur wenige werden profitieren. Das wird eine Entwicklung mit unabsehbaren, sozialen und gesellschaftlichen Folgen, für die wir gar keine Lösungen haben, derzeit nicht. Szenario zwei. Die Diskussion ist übertrieben. Das wird sich schon irgendwie auspendeln. Also schon jetzt, wir haben es eben gehört, entstehen viele neue Berufsfelder. Und wir werden nur eine Verschiebung erleben. Szenario Nummer drei. Wir stehen, vor allem wenn wir ein bisschen weiter, ein paar Jahre mehr in die Zukunft gucken, vor etwas ganz Neuem. Klassische bezahlte Arbeit wird es in Zukunft nicht mehr als Regel geben. Doch davon wird die Gesellschaft und ich greife das auf, was Chris Bosner sagte, unser Planet letztendlich stark profitieren. Ihre Meinung ist gefragt. Bitte abstimmen. Warten noch ein bisschen ab. Warten wir einen neuen Tourismus geben. Ist das System intelligent genug, dass man nur einmal abstimmen kann? Ich sehe ein Nicken. Das müsste ich jetzt aber an Sie alle hier weitergeben, ob man das von hier aus nur mit dem Handy so hacken kann, dass man seine Stimme mehrfach abgibt. Okay, es pendelt sich ein. 94, 95 haben abgestimmt. Und der Trend verstärkt sich. Also ein ganz großer Teil sagt, es wird sich auspendeln. Immerhin 14 Prozent sagen, oder sind es absolute Zahlen? Absolute oder Prozent? Absolute Zahlen, okay. Also 14 sagen, das wird große Folgen haben. Wir haben noch keine Antworten. Komm, aber da wir fast 100 jetzt haben, entspricht es ja Prozentzahlen. Also 14 Prozent, 43 Prozent, 41. Es hält sich die Waage, die Meinung, wir erleben nur eine Verschiebung oder wir erleben etwas grundsätzlich Neues. Lassen Sie uns über den ersten und den letzten Punkt noch mal genauer reden. Wenn es wirklich so kommt, dass da viel verloren geht, welche Antworten müssen wir denn suchen? Wie wappnen wir uns denn gegen die großen Veränderungen, die jetzt in der Arbeitswelt kommen? Was können wir tun? Welche viele Fragen, wenn jetzt Menschen, Kinder haben, die gerade ins Berufsleben gehen. Ich kriege oft auch in Gesprächen mit, dass ich gefragt bin, Mensch, was kann man denn heute noch werden, um in Zukunft auch einen sicheren Job zu haben? In welche Felder geht man? Was wird gebraucht, um in Zukunft bestehen zu können am Arbeitsmarkt? Die Frage geht durchaus an Sie alle. Wenn der gerade anfängt, mache ich das. Also erst mal cooles Publikum. Ja, weil das widerlegt eindeutig, dass wir in Deutschland hier immer nur Unkenrufe sind. Hatten wir von ja am Anfang schon, das haben Sie nicht mitbekommen. Das wird uns dauernd unterstellt. Ich finde das super. Das Zweite, also es ist wirklich klasse. Das Zweite, wenn wir, wir haben ja angenehmerweise bei uns immer noch gesellschaftliche Werte, bei denen wir uns daran messen, ob wir gut sind oder nicht gut sind, wie wir mit den Schwächsten umgehen. Wenn wir also in einer solchen Entwicklung Leute verlieren aus irgendwelchen Gründen, also die nicht mitmachen können oder wollen oder sonst irgendwas, wird es unser gesellschaftlicher Wert wohl vorschreiben, hoffe ich, dass wir die mitnehmen, dass wir wirklich alle mitnehmen. Und ich glaube, eine der Antworten, die man da geben muss, ist, wie kann man denn gesellschaftlich etwas sein lassen, was bisher da war? Also wie kann man eine bessere Lösung finden, als den Heizer auf die E-Log zu setzen oder den Kohlepfennig 40 Jahre lang zu zahlen? Welche besseren Lösungen gibt es da? Ich habe mal eine vorgeschlagen, die auch wild diskutiert wurde, aber die ich immer noch schön finde. Wir sollten Leute dafür bezahlen, dass sie ihr Wissen an Maschinen weitergeben, selbst wenn wir glauben, dass dieses Wissen gar nicht mehr notwendig ist. Weil ich glaube, das Schlimmste, was uns als Menschen überhaupt jemals passiert ist, ist, wenn wir irgendetwas vergessen haben. Also da gibt es, kann man ein zukunftsgerichtetes Beispiel machen? Jetzt stell dir mal vor, wir lassen den Bergbau hier in Deutschland sein und irgendwann sollen wir Bergbau auf Asteroiden betreiben und dann wissen wir nichts mehr darüber, außer das Buch, was uns genau beschreibt, wie man das Kohleflötz bei Düsseldorf absägt. Das wäre doch super viel besser. Wir hätten dann dieses breite Wissen von vielen Leuten, die sowas mal konnten, so verfügbar, dass eben eine Maschine mit diesem breiten Wissen auch das in der völlig neuen Umgebung anwenden kann. Und vielleicht etwas, ich sage mal, weiter nach hinten gerichtet, wenn man sich überlegt, dass es zur Zeit der Römer eine perfekte Kanalisation gab, also halbwegs. Und im Mittelalter haben wir dann gedacht, wofür braucht man das? Bis es die Pest gab, dann wussten wir, wofür man es brauchte. Und da hat man 50 Prozent der Bevölkerung verloren. Also Dinge vergessen ist einfach eine saudume Idee. Und ich glaube, dass wir uns bei dem, wie wir Leute mitnehmen können, ich glaube, überhaupt nicht an Almosen vergeben. Also jemandem einfach nur Geld zur Existenz geben, dass es nicht Menschen brauchen Sinn. Jemandem, wenn man keinen Sinn hat, was will man dann? Ja, also das ist die alte Frage. Und wenn man jemandem sagen kann... Jetzt sind Sie beim dritten Punkt. Also auch noch beim ersten. von der klassischen Erwerbsarbeit Abschied zu nehmen und Menschen aneisen. Ich würde das erst mal nur sagen für die Sachen, die wir so jetzt nicht mehr direkt benutzen. Auf der anderen Seite glaube ich, wir haben momentan unsere klassische Erwerbstätigkeit. Da werden wir für Zeit bezahlt, oder? Früher ist man auch schon mal für Ergebnis bezahlt worden. Und ich glaube, dass man vielleicht die Chance kriegt, für Ergebnis und für den Wert, die man schafft, bezahlt zu werden. Also überlegen Sie sich mal, was wir heute mit sozialen Berufen machen. Soziale Berufe ergreifen ohnehin nur Leute, die das von Herzen wollen. Und was wir tun ist, wir nehmen die so lange aus, bis ihr Herzenswunsch, diesen Beruf auszuführen, quasi der Ökonomie unterlegt und sagt, nee, ich muss doch was anderes machen. Und genau an diesem Grenzpunkt preisen wir die momentan. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie liegen im Bett und Sie müssen bestimmen, was die Krankenschwester verdient, die nett zu Ihnen ist. Die werden alle schnell Millionäre werden. Aber diese Chance haben wir, diese Änderung des Preissystems haben wir ja gar nicht, solange Zeit quasi das Maßgebliche ist. Und ich glaube, auf diesem Spektrum hier, wir kommen... Ist das denn realistisch, dass wir als Gesellschaft so schnell in eine solche Situation kommen? Denn gerade das Beispiel, was Sie nehmen, Pflege, wie oft ist in letzter Zeit gefordert worden, das muss anders honoriert werden, besser wertgeschätzt werden und letztendlich, es passiert relativ wenig. Brauchen wir wirklich diesen Ruck, dass viele Arbeitsplätze bedroht sind? Wir sind ja, wir haben eine langsame Entwicklung, relativ gesehen immer noch. Müssen wir erst an den Punkt kommen, wo wirklich viele, viele, viele Menschen drohen, arbeitslos zu werden, bevor wir umdenken? Ja. Also ich meine, das sieht man ja, oder? Also wir haben, es ist ja leider immer so, dass man ohne Druck verändert sich nichts Gravierendes. Und das ändert sich jetzt was Gravierendes. Und ich glaube, am Ende des Tages ist das gut für uns. Warum müssen wir nach Zeit bezahlt werden? Warum ist das so? Also im jetzigen System ist es klar, warum es so ist, aber warum muss das so sein, wenn die, ich sage mal, die Basic-Arbeit die Maschinen erledigen? Herr Ramge, Sie wollten eben auch zu der Verteilung noch was sagen? Ja, also in der Tat, weiterhin sehr optimistisch. Hamburger Publikum, also wenn man die Umfrage in Stuttgart machen würde, weiß ich nicht, ob man nicht doch wieder als deutsche Unkenrufer dastünde. Ich fürchte, ich wäre eher bei Blau, zumindest in der mittleren Perspektive. Und zwar, auch ich wage jetzt nicht irgendwie zu prognostizieren, ob es in 30 Jahren gelungen ist, irgendwie wahnsinnig viele Jobs zu schaffen, die es heute noch nicht gibt. Aber was wir zur Zeit jedenfalls sehen, ist, dass sich Digitalisierung und KI wird diesen Effekt verstärken. Der Arbeitsmarkt eher in lovely und lousy Jobs quasi aufspaltet. Also dass zur Zeit zumindest Digitalisierungstendenzen dazu führen, dass wir mehr Ungleichheit schaffen. Und wir haben zur Zeit eben noch nicht das Problem, dass wir mit Massenarbeitslosigkeit zu kämpfen haben. In den westlichen Gesellschaften ist ja eher das Gegenteil der Fall. In Amerika gibt es die zur Zeit häufig gestellte Frage, are we first running out of jobs or are we first running out of people? Und zur Zeit befinden wir uns in einer Phase, in der zumindest die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung eher mehr schlecht bezahlte Jobs schafft. Und es könnte ein Zwischenergebnis zumindest der Automatisierungstendenzen, die wir zur Zeit sehen, sein, dass wir auf der einen Seite Menschen haben, die intelligente Technologie intelligent zu nutzen wissen und deswegen sehr gut bezahlte Jobs haben, inklusive jener, die diese Tools schaffen und auf der anderen Seite eben jene haben, die die Pakete liefern müssen. Und das ist vielleicht zumindest das nähere soziale Problem, was wir in Verbindung mit Digitalisierung zu lösen haben. Stichwort auch Plattformökonomie, die in den USA sehr viel weiter ist, also dass man sich über Apps beispielsweise Dienstleistungen ordern kann, wann es einem gefällt, dafür aber andere Menschen letztendlich, die Paketlieferanten sind ein Beispiel, ihre Zeit so aufteilen müssen, dass sie für uns verfügbar und abrufbar sind, noch dazu oft zu schlechten Konditionen. Ich habe ein Beispiel, was ich gerne kurz an der Stelle auch erwähnen möchte, um nochmal zu sagen, wie in meinen Augen zumindest zwiespältig Entwicklung auch sein kann. Ich habe eingangs erwähnt, Herr Ramger schreibt, unter anderem für das Wirtschaftsmagazin Brand 1 und die hatten ein Themenheft, Innovation ist, Pünktchen, 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 ein Branchenreport zusammen mit Statista und unter den Gewinnern, die als beste innovative Unternehmen abgeschnitten haben, ist ein Essenslieferant und zwar Delivery Hero. Das ist nicht Deliveroo, dieses Unternehmen, das so viele negative Schlagzeilen produziert hat, aber zu Delivery Hero, die sich aus Deutschland zurückgezogen haben, aber in vielen anderen Staaten tätig sind, gehörte auch Fudora und die waren ebenfalls in den Negativschlagzeilen. Ein klassisches Beispiel dafür, wo Milliarden Umsätze gemacht wurden, in dem das Bedürfnis nach geliefertem Essen befriedigt wird, aber diejenigen, die es austragen müssen, das ist so ähnlich wie mit den Paketlieferanten, das zum Teil sehr harte Arbeitsbedingungen sind. Wenn man den Artikel liest, dann steht den Firmenchefs so als Idee vor, sie wollen eine Art Google für das Essen werden, bis dahin, dass sie möglicherweise auch die beliebtesten Essen weltweit in den Ländern, wo sie tätig sind, sie expandieren weiter, so standardisieren, dass sie das mit eigenen Küchen, wo sie aus den Restaurants Köche abziehen, vor Ort kochen lassen können, um das alles noch schneller ausliefern zu können und dass dann vielleicht eben man sogar sich mit einer Art Mobilfunkvertrag bei denen sozusagen mit dem Vertrag abschließen kann und auch eine Halbpension, Vollpension zu Hause buchen kann, sich beliefern lassen kann und so weiter und so weiter. Da stecken viele spannende Ideen dahinter, aber die Frage auch, was macht das mit Gesellschaft, finden wir das eigentlich gut, was macht das mit denen, die alle involviert sind. Ich fand das interessant, und da sind wir nochmal drehen, gerade eine Schleife nochmal zurück zu dem Thema, was wir eben hatten. Wie bewertet man Innovation? Da ist es vor allen Dingen eben auch, wie marktfähig ist das Ganze, wie viel Umsatz kann da gemacht werden? Ein anderes Beispiel sind die Mitfahranbieter, also Uber etwa, wo wir die Berichte gehört haben über die New Yorker Taxifahrer, die verzweifelt sind, weil sie plötzlich so viel Konkurrenz haben, dass sie nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen oder ihre Familie ernähren sollen, weil der Konkurrenzkampf so aggressiv ist, dass da viele plattgemacht werden. Stichwort Veränderungen am Arbeitsmarkt, wenn sich neue Anbieter mithilfe auch von KI-Lösungen, Apps etc. am Markt etablieren und reindrängen in Produktions- und Verwertungsketten, die wir im Moment haben und andere zur Seite drängen. Sind wir als Gesellschaft in der Lage, damit so umzugehen, dass wir das auffedern, oder müssen wir einfach solche Auswirkungen mitnehmen und sagen, das ist nun mal so und da werden am Ende immer welche verlieren. Das wird sich auf lange Sicht einpendeln. Frau Feldner. Dann gehe ich da mal rein. Also ich glaube, das Wichtigste ist, also die Frage kann man, glaube ich, nicht beantworten, ob wir das als Gesellschaft irgendwie auffangen können oder wie wir damit umgehen. Meiner Meinung nach ist das Wichtigste, dass wir es tun, dass wir uns das anschauen, was da passiert, dass wir uns diese neuen Jobfelder ganz genau angucken und uns überlegen, wie wir darauf Antworten finden und nicht wegschauen und sagen, das entwickelt sich von alleine. Wir überlassen das in dem Fall wirklich der Wirtschaft, das zu entwickeln. Und dabei gehen halt dann ein paar Arbeiter oder Mitarbeiter sozusagen über den Jordan, weil sie schlechte Arbeitsbedingungen haben oder schlecht bezahlt werden. Ich glaube, dass dieser Prozess sehr gut begleitet werden kann, indem man auch über diese Gremien, wo Chris Boos zum Beispiel drin sitzt, Sichtbarkeit dafür schafft und auch in der Politik, im Arbeitsministerium bei Hubertus Heil, Auffangmechanismen oder Entwicklungsmechanismen entwickelt und die Arbeiter dort auch nicht alleine lässt. Also es kommen ja Systeme in unser Land hinein, die hier gesetzlich und gesellschaftlich gar nicht abgebildet sind. Also es kommen Vertragsformen aus dem angloamerikanischen Raum in unser Wirtschaftssystem hinein, auf die wir gar keine Antworten haben. Und das müssen wir uns, glaube ich, genauer anschauen und fokussiertere Politik betreiben an der Stelle. Meines Erachtens nach werden wir im Transformationsprozess sicher viele Menschen erleben, die schlecht bezahlte und nicht gute Jobs haben. Das wird meines Erachtens nach vielleicht nicht zu verhindern sein. Was die Aufgabe der Gesellschaft und der Politik an der Stelle ist, ist das aktuell zu monitoren und Antworten darauf zu finden. Antworten im 21. Jahrhundert und nicht mit Instrumenten aus dem 20. Jahrhundert, die auf die letzte Industrialisierung antworten. Das ist das, was Chris Boos gerade gesagt hat. Wie bepreisen wir eigentlich Arbeit? Also woher haben denn Google und Facebook und andere große Konzerne so wahnsinnig viel Geld in den Rücklagen, weil sie unglaublich viel Geld verdient haben, aber keinen dafür mitbezahlen mussten? Sie haben für die ganzen Daten, die sie aufgenommen haben, haben sie ja keine Partizipation betrieben und die Menschen, die das eingebracht haben, dafür gar nicht entlohnt. Das heißt, an der Stelle müsste Politik meines Erachtens nach so schnell wie möglich einsteigen, um darüber Sozialversicherungssysteme umzugestalten oder auch um Gehälter zu zahlen, die jetzt vielleicht im Sinne eines Grundeinkommens diskutiert werden. Ob es das nachher ist, weiß ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht sagen. Es ist ein Modell, was gerade diskutiert wird, aber dafür muss das Geld ja auch irgendwo herkommen. Das heißt also auch über eine Partizipation der Leistenden nachdenken an dem, was an Wertschöpfung generiert wird. Ein Umdenken. Ich glaube, das wird nicht so funktionieren, dass uns Facebook irgendwie 10 Euro im Jahr überweist. Das ist nämlich die Diskussion. Das hört sich immer gut an. Facebook hat ja auch nicht dadurch sein Geld verdient, dass wir ihm Geld gegeben hätten, sondern dass wir den Werbetreibenden auf Facebook die Aufmerksamkeit geschenkt haben. Sonst wären diese Plattformen ja auch nicht so wahnsinnig reich geworden. Sicher ist, dass wir eine intelligentere Form der Regulierung brauchen, als wir bis heute haben. Wie sieht die denn aus? Wir müssen unter Umständen Zugänge zu Daten neu regeln. In dem Moment, wo Daten die wichtigste Ressource für Wertschöpfung und vor allen Dingen für Innovation wird, sind plötzlich jene extrem im Vorteil, die über die Daten verfügen. Und historisch gesehen war es immer so, dass es, wenn wir das jetzt innovationstheoretisch betrachten, es gab immer zwei Gegenkräfte gegen Monopolisierung auf Märkten. Und das eine war das Kartellrecht, wo Kartellbehörden gesagt haben, jetzt sind irgendwie Unternehmen zu stark geworden, die müssen wir irgendwie zerschlagen oder zumindest verhindern, dass sie andere Unternehmen aufkaufen und so weiter. Und das andere war die Innovation. Es gab immer Phasen in der Geschichte, wo Unternehmen ganz stark wurden, aber dann kam von außen jemand und hat eine bessere Idee gehabt und hat ein Produkt auf den Markt gebracht und hat somit Wettbewerb wiederhergestellt. Und jetzt kommen wir zunehmend in eine Situation, in der ein großer Teil der Innovation Daten getrieben ist und damit ein Großteil der Unternehmen, ein kluges Start-up, überhaupt nicht mehr innovativ sein kann, wenn es keinen Zugang zu Daten hat. Und eine neue Form von intelligenter Regulierung könnte sein, dass der Staat dafür sorgt, dass Wettbewerbsgleichheit wiederhergestellt wird, indem alle innovativen Unternehmen Zugang zu bestimmten Datenpools bekommen. Herr Viktor Mayer-Schönberger und ich nennen das in unserem vorletzten Buch, das Digital nennen wir das, eine progressive Datenscheringpflicht. Und das ist nicht die Lösung für alles. Vielleicht ist das bedingungslose Grundeinkommen oder noch besser ein halbes bedingungsloses Grundeinkommen, was der Krankenschwester eben ermöglicht, nicht irgendwie gerade so finanziell hinzukommen, sondern mit 400, 500 Euro zusätzlich sicher zu sein, dass sie ihren Herzensjob machen kann, aber sich trotzdem finanziell nicht gerade so am Limit bewegt. Vielleicht sind das die intelligenteren Lösungen. Datensharing, Datensicherheit, das war auch das große Thema jetzt bei der dritten Sitzung des Digitalrats. Ich habe es angesprochen. Sie sollen ja als Gremium, wenn es denn weitergeht und Sie Herrn Altmaier nicht den Job aufkündigen, dann irgendwann in ein paar Monaten Vorschläge machen, wie man da ein Gleichgewicht findet. Zeichnet sich so etwas, was Herr Ramger gerade skizziert hat, da bei Ihnen auch im Digitalrat ab, Herr Boos? Die Idee, Daten zu sharen, ist grundsätzlich eine gute und der angesprochene Viktor ist ja auch Teil des Gremiums. Deswegen sind die Ideen dort. Das Schöne an dem Digitalrat ist, dass er nicht öffentlich arbeitet und man deswegen den Damen und Herren in der Politik auch wirklich krass die Meinung sagen kann. Deswegen wiederhole ich das auch hier nicht. Aber ich glaube, dass das Interessante eigentlich an dem, was politisch momentan passiert ist, dass es ein Rieseninteresse gibt, und zwar über Parteigrenzen hinweg, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und auch neue Wege zu gehen. Und ich glaube persönlich, dass das Thema dafür zu sorgen, dass Daten für Innovation verfügbar sind und dass Unternehmen, die sehr viele Daten haben, die auch teilen müssen teilweise, das macht total Sinn, weil Daten haben ja auch im Gegensatz zu Schokolade den großen Vorteil, dass sie nicht weg sind, wenn man sie benutzt hat. Wir sollen doch eigentlich immer aufpassen bei den Daten, die wir weitergeben. Das würde dem doch eigentlich widersprechen. Also das Nächste, ich meine, da kommen wir von Hunderten ins Tausende. Das Erste ist erst mal, wenn man die drei großen Dystopien des 20. Jahrhunderts liest, also 1984, Clockwork Orange und Brave New World, wenn man die liest, dann sind sich die Autoren alle einig, was da alles Grässliches passiert und wie wir überwacht werden und so weiter. Und vor allem sind sie sich darüber einig, dass das niemals ohne eine Diktatur passieren würde. Und das Interessante ist, dass wir alles, was in diesen Büchern steht, implementiert haben. Und zwar nicht regierungstechnisch, sondern total privatwirtschaftlich. Und wir haben es alle für Komfort gemacht. Also wir selbst sind ja diejenigen, die unsere Daten weggegeben haben, weil wir dann kostenlos telefonieren können. Und das kann mir doch keiner erzählen, dass Menschen nicht wissen, dass wenn sie erst mal für irgendwas 100 Euro bezahlen, dann bezahlen sie nichts mehr dafür. Also so blöd sind doch Menschen wirklich nicht, oder? Dass man sich dann nachher hinstellt, oh, die Bösen Deppen haben jetzt Geld damit verdient. Das kann ja gar nichts wahr sein. Ich glaube trotzdem, wir haben halt diese Anmassung von Daten gesehen. Und wir haben halt auch das Problem, dass die Dienste, die dort für uns als Menschen geschaffen wurden, Dienste sind, die wir gerne haben. Stichwort Daten. Daten werden gebraucht, damit KI lernen kann. Das war ja das. Also wir haben Künstliche Intelligenz, die immer mehr kann, die trainiert wird, die gegen Schachspieler go. Und Sie haben ein anderes Spiel, ein strategisches Computerspiel, was Sie bei sich nutzen, um KI zu trainieren. Also wie geht das? Wie lernt KI mit Daten? Okay. Daten, es gibt immer dieses Gerücht, wenn man die KI-Anfänger betrachtet, dann kamen die drei Beschwerden. Es gäbe nicht genug Daten, die Daten seien schlecht und außerdem seien sie vorurteilsbehaftet. Erstens, wenn man eine beliebige Fabrik auf der Schwäbischen Alb anzapft, dann erzeugt die ein Petabyte Daten am Tag. Die ganze deutsche Börse speichert zehn Petabyte Daten am Tag. Also es gibt genug Daten. Es gibt garantiert genug Daten, weil Daten entstehen immer, wenn zwei Menschen, ein Mensch mit einer Maschine oder eine Maschine mit einer Maschine interagiert und das passiert die ganze Zeit. Das Zweite ist, die Daten haben schlechte Qualität. Die Bezeichnung dafür ist Realität. Weil Daten haben immer schlechte Qualität, weil sie eben entstehen, wenn irgendwelche Dinge eine Interaktion haben. Und das bedeutet, wenn Sie und ich jetzt eine Interaktion haben, entstehen Daten. Alle anderen haben aber falsche Daten, weil unsere Information ist ja noch nicht durchpropagiert. Und das heißt, die haben alle schlechte Daten, nur wir haben die richtigen. Und da das tausendfach in der Sekunde passiert, gibt es immer schlechte Daten. Und das zeigt auch schon, wo die Grenze von maschinellem Lernen aus Daten liegt. Weil die Daten bilden ja niemals das Jetzt ab. Also das, was jetzt gerade ist, kann man durch Daten gar nicht abbilden. Und deswegen, je komplexer die Systeme werden, desto schwieriger sind die nur durch Daten zu lernen. Und das Dritte, das ist das Kritischste, wonach man rufen kann, dann sagt man, es gibt vorurteilsbehaftete Datensets. Also wenn wir jetzt ein Datenset über Hamburg erheben, dann werden wir herausfinden, dass die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen nicht gut ist. Und das ist ein vorurteilsbehaftetes Datenset. Es ist aber auch die Realität. Und genau deswegen brauchen wir ja Menschen, weil eine Maschine wird darauf arbeiten und irgendwas raus optimieren. Ein Mensch kann sagen, das will ich anders haben. Und dann ändern sich alle Zielparameter. Auf die Idee, warum soll man das anders haben wollen, kommt eine Maschine nicht. Wenn man anfängt, die Daten zu verändern, die man der Maschine gibt, um etwas zu lernen, dann hat man nichts anderes getan, als Daten fälschen. Und Daten fälschen ruft irgendwie immer sofort das nullte Naturgesetz hervor, nämlich das der ungewollten Nebenwirkungen. Also Daten fälschen ist keine gute Idee. Ich glaube, wenn man KI anders misst, und dann macht man es für die KI, das auch viel schwieriger ist, die Frage, wie kann denn eine KI Entscheidungen treffen mit zu wenig Daten? Das, was Sie und ich jeden Tag tun müssen, weil in jeder Sprache gibt es ja diesen Spruch, oder hinterher ist man immer klüger. Also was sagt die, wenn du alle Daten hast, kann jeder Depp entscheiden? Das ist die, wie kann man mit wenig Daten eine gute Entscheidung treffen? Die zweite Frage ist, wie kann man in einer Umgebung, die nicht die reale Umgebung ist, etwas lernen und es dann später anwenden? Also wie können Sie in der Schule Mathe lernen und dann in der Kneipe die Rechnung bezahlen und in der Buchhaltung Sachen aufaddieren? Lassen Sie uns bei den beiden Fragen mal bleiben. Also wie kann eine KI mit wenig Daten Entscheidungen treffen? Herr Ramge, wollten Sie dazu gerade was sagen? Sie kann das noch nicht so gut. Das ist ja genau das Problem. Und deswegen, das ist gewissermaßen der menschliche Vorteil. Wir sind durch die Evolution und durch die Kultur darauf trainiert worden, mit relativ wenigen Parametern, in sich ständig verändernden Umfeldern, relativ gute Entscheidungen, naja, manchmal auch nicht, aber im Vergleich zu dem, was Maschinen heute können, relativ gute Entscheidungen zu treffen. Unter anderem, weil wir im Unterschied zu Maschinen und aus Daten lernten Maschinen die Fähigkeit besitzen, Erlerntes relativ gut in andere Kontexte übertragen zu können. Und das sind die beiden harten Nüsse, an denen zurzeit die KI und die nächste Stufe der KI gerade ziemlich hadert. Und insofern ist das Schmid-Huber-Szenario, all das, was wir zurzeit oder in den letzten zehn Jahren an gigantischen Fortschritten im maschinellen Gelernen gesehen haben, das brauchen wir nur in die Zukunft fortschreiben, in gleicher Geschwindigkeit, um ein Gefühl dafür zu bekommen, dass alsbald die Maschine viel, viel schlauer ist als wir Menschen und dann die Maschine Raumschiffe baut, die sich selbst replizieren, um das Weltall zu erobern, dass das nicht der Realität, der technischen Realität heute entspricht, sondern es eben genau die entscheidende Frage ist, erfinden jetzt kluge Köpfe wie Chris Boos, Mittel und Wege wie Maschinen in datenarmen Räumen ähnlich gute Entscheidungen treffen wie wir Menschen. Was muss denn dazu geschehen, Herr Boos, damit das möglich ist, mit wenig Daten gute Entscheidungen treffen zu können? Man braucht Kontext, oder? Also, alle Entscheidungen sind Regeln, egal ob sie die fest kodiert haben oder ob die in irgendwelche starke Mathematik gespeichert sind. Jetzt nehmen wir mal zwei Regeln, die sich sehr ähnlich sind. Wenn du einen Tiger siehst, dann geh laufen. Oder wenn du einen Tiger siehst, mach ein Selfie. Das eine, wenn man das Selfie im Dschungel macht, endet wahrscheinlich tödlich und man bringt die Evolution voran. Wenn man im Zoo wegläuft, ist das Schlimmste, was einem passiert, dass die anderen über einen lachen. Also, die Antwort darauf ist Kontext. Und Kontext ist das, was Maschinen sehr schlecht können. Wir haben es vorher schon gehört, diese Kausalitäten, dafür sind Maschinen nicht gemacht. Also, das, was wir heute verwenden, sind alles Algorithmen, die so 30, 40 Jahre alt sind. Da gab es die Mathematik zum Beispiel, um Kausalitäten zu beschreiben, noch nicht. Und es ist eine der gefährlichsten Entwicklungen, die wir heute haben, dass wir uns auch auf Vorhersagen und Statistiken verlassen, die nur auf Korrelationen beruhen. Das bedeutet vielleicht, dass bald der Klappersträuch wieder die Kinder bringt. Das ist korreliert, stark. Genau. Sie brauchen Kontext oder bräuchten quasi maschinenlesbaren Kontext. Das wäre der eine Schlüssel. Aber Sie bräuchten auch so etwas wie Kreativität. Also quasi den ganz, Sie müssten sich selbst im ganz datenfreien Raum halbwegs bewegen können. Und das ist spannend. Und nicht, also das Higgs-Boson-Teilchen ist erdacht worden von Menschen, die im Grunde gar keine Indikation haben könnten, dass es das gibt, außer durch das kluge Erdenken von Modellen und ganz, ganz wenigen Indikationen. Und vier oder fünf Jahrzehnte später haben dann quasi wahnsinnig komplexe datenproduzierende Maschinen, nämlich Teilchenbeschleuniger am CERN, haben das dann nachgewiesen. Aber wie hätte dieser Teilchenbeschleuniger je auf die Idee kommen sollen, dass er danach überhaupt suchen muss? Und das ist super. Das ist irgendwie super. Das ist schön. Weil den Kontext wissen wir zumindest heute, wie wir ihn abspeichern können. Wie man erzeugt, wissen wir, also maschinell erzeugt, wissen wir nicht. Aber das, was du jetzt gerade beschreibst, haben wir nicht die leiseste Ahnung, wie das Maschinen tun sollten. Das bleibt komplett die Domäne der Menschen, bis irgendwas Magisches passiert in der Informatik. Ganz genau. Also quasi diese künstliche Kreativität auf dem Level, irgendwie so eine ganz basale künstliche Kreativität, die ist denkbar. Also man bringt einem Computer irgendwie die Kompositionsregeln von Mozart bei und dann kann der irgendwie Musik komponieren, die sich anhört wie Mozart, aber nicht im Köchelverzeichnis irgendwie natürlich drin ist. Aber dass die Maschine auch tatsächlich auf diese Kompositionsregeln kommt, selbst das ist theoretisch noch halbwegs denkbar, indem es die Kompositionsregeln auswürfelt und an uns Menschen austestet und dann gefällt uns das besonders gut. Dann sagen wir im Computer, das hört sich gut an und dann kann es die vielleicht auch noch irgendwie machen. Aber einen Schritt weiter, da sind die KI-Wissenschaftler komplett blank. Und das Interessante ist, sie können trotzdem überall durch die Welt laufen und erzählen, bald kommt die Superintelligenz. Ohne eine schlüssige Antwort auf diese Frage zu geben. Und mich rückversichert das, dass sie diese Antwort nicht geben können. Das ist, Frau Feldner. Da würde ich ganz gern beim Namen noch mal einsteigen, künstliche Intelligenz und dann auf die Neurowissenschaftler zurückgehen, die sich bis heute ja gar nicht darüber einig sind, was Intelligenz überhaupt ist. Das heißt also, die, die sich mit unserem Gehirn beschäftigen, wissen nicht, was dieser Begriff heißt, was es sein soll. Sie wissen nicht zu 100 Prozent, wie unser Gehirn funktioniert. Und dann sagen wir auf der anderen Seite, wir haben etwas Künstliches erschaffen, was das abbildet, was wir gar nicht beschreiben können. Und das wird bald besser sein als wir selber. Das finde ich auch relativ unwahrscheinlich. Und es gibt unter den Neurowissenschaftlern dann zusätzlich auch noch die These, dass man auf digital basierter Technologie, wie die künstlichen Intelligenzen heute arbeiten, gar nicht zu dieser Superintelligenz kommen können, weil die Komplexität des menschlichen Gehirns dadurch gar nicht abgebildet werden kann. Das ist auch noch eine Meinung, die neben diesen anderen direkten KI-Meinungen eigentlich in der Forschung steht. Wofür wird denn, weil wir ja auch beim Thema Arbeitsmarkt eben waren, wofür wird denn in Zukunft auf jeden Fall immer der Mensch gebraucht? Also was kann vor diesem Szenario, wo KI an Grenzen stößt, an klare, wofür wird der Mensch immer gebraucht? Genau das, also die Kreativität, das komplexe Denken, das spontane Handeln. Das sind diese Skills, von denen ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe. Das ist die Empathie, die hier vorhin schon genannt wurde. Das, was sozusagen im kommunikativen, im empathischen Bereich, in der menschlichen Kommunikation unterwegs ist, was wir dort anwenden, das ist das, was Maschinen bis auf Weiteres definitiv nicht abbilden können. Und das ist das, was heute auch vom World Economic Forum diskutiert wird, was wir an Skills für die Bildung in der Schule, in den Universitäten oder auch in der Weiterbildung in Unternehmen brauchen und dann auch direkt eigentlich anbringen können, wenn wir Arbeitsplätze transformieren und Mitarbeiter umbilden wollen auf neue Arbeitsplätze. Sind das genau die Punkte, die man viel stärker machen muss, die Maschinen nicht abbilden können. Und auch Jack Ma geht in China um und sagt, eigentlich sollen unsere Kinder nur noch Geige spielen und tanzen. Das halte ich jetzt auch für etwas übertrieben. Vielleicht kann Chris Buster dazu ein bisschen mehr sagen aus deiner Perspektive, wie du das siehst. Aber das sind die kreativen Skills, die definitiv die Maschinen in naher Zukunft nicht abbilden können. Wo wir gerade bei dem Punkt sind. Sie sind ja der Meinung, dass wir eigentlich so ein Studium Generale wieder bräuchten, Herr Boos. Hier schwächelt wieder ein Mikrofon. Ich bin absolut der Meinung, dass die Kreativität und Empathie, das sind die beiden Sachen, die wir angesprochen haben. Das sind die, wir haben nicht mal eine Ahnung, wie man sowas anfangen sollte in Maschinen. Und das ist auch gut so. Das sind ja die Dinge, die uns auch menschlich ausmachen, die uns übrigens auch glücklich machen. Also wenn Sie mal schauen, was einen normalen Menschen am meisten glücklich macht, ist es entweder etwas zuerst zu tun oder was vorher schwierig war zu tun oder einen anderen Menschen glücklich machen. Also diejenigen, die nicht Soziopathen sind, empfinden ein größeres Glücksgefühl, wenn sie jemanden beschenken, als wenn sie selbst beschenkt werden. Wir wissen, haben absolut keine Ahnung, also auch die Leute, die sich mit Generalisierung von KI auseinandersetzen, wie ich zum Beispiel, wie man so etwas machen sollte. Und das ist perfekt so, weil das sind die menschlichen Eigenschaften. Und wenn wir wollen, dass Menschen kreativ sind und dass Menschen neugierig sind und dass sie ein Wertesystem haben, dann müssen wir ihnen das in der Ausbildung auch beibringen. Also dann ist die Ausbildung halt nicht mehr rein egoistisch getrieben, wie kann ich die beste Note kriegen, sondern vielleicht auch mal die Frage, wie kann ein Team zusammen etwas leisten. Und wenn man Leute neugierig machen will, dann muss man ihnen doch Grundlagen und eine möglichst große Breite beibringen. Wir haben gerade viel über die Digitalstrategie hier in Deutschland, die Ausrüstung von Schulen, auch mit zum Beispiel Tablets und Ähnlichem diskutiert. Und ich habe in einem Interview gelesen, dass Sie da gar kein Freund von sind, Herr Bus. Das brauchen wir nicht. Hat mich erstaunt. Warum? Also das Interessante ist, die Leute, nach denen wir uns im Hightech-Bereich alle die Finger lecken, sind diejenigen, die das ehemalige sowjetische Bildungssystem durchlaufen haben. Und warum lecken wir uns nach denen die Finger? Die haben zwei ganz frappierende Dinge getan. Erstens haben die dort Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren gesiebt, und zwar völlig ohne Mitspracherecht der Eltern. Sodass man also genau wusste, wann man wo studieren geht und was man da lernt. Das ist das Erste. Also da wurde wirklich brutale Talentförderung betrieben. Und das Zweite ist, die haben überhaupt keine Kohle gehabt für irgendwelchen Schnickschnack. Die mussten sich das alles erdenken. Und diese Fähigkeit, erst mal irgendwas zu denken, ist ja mit einer der Sachen, die man heute unseren Unis vorwirft, zum Beispiel, dass die Informatiker keine innovativen Leute produzieren und so weiter. Das ist kein Wunder, weil vor zehn Jahren hat da die Industrie nach Java-Programmierern geschrien. Jetzt kriegen wir lauter Java-Programmierer und stellen fest, vielleicht hätten wir doch Leute gebraucht, die verstehen, wie Computer funktionieren. Herr Ramke. Ganz genau. Also die brauchen, ganz gewiss brauchen Sie kein Tablet. Das Gegenteil. Sie sollen bitte schön Ihr Handy abgeben und ausschalten, sobald Sie die Schule betreten und auf gar keinen Fall vorher wieder anschalten, bevor Sie reingehen. Das ist einer der Hauptprobleme, dass diese digitalen Endgeräte, die wir haben und wir merken es an uns allen ja selbst, einfach unter anderem dank der KI-Assistenten und der aus Daten lernenden Funktionen, die Sie drinnen haben, unfassbar süchtig machen. Und die Zeit, die wir auf Facebook oder auf sozialen Medien oder die Jungs stärker in den Computerspielen verbringen, ist einfach vertane Lebenszeit, verschwendete Zeit. In der Zeit lernen Sie ganz wenig. Ich finde es interessant, dass Sie da in dem Punkt auch die gleiche Position haben. Frau Feldner, Sie auch? Also ich bin der Meinung, dass wir den Kindern Kreativität, Imaginationsfähigkeit beibringen müssen und nicht sie zu reinen Usern erziehen. Denn wenn Sie diese Geräte nur in der Hand halten, Sie machen süchtig. Ich bin auch teilweise süchtig von meinem Handy, die gebe ich ganz offen zu. Aber Sie sind vor allen Dingen, sind Sie dazu geeignet, sie nur zu benutzen und nicht zu hinterfragen. Und das, was wichtig ist für die Zukunft, was uns von der Maschine, der Maschine in Anführungsstrichen unterscheiden wird, ist, dass wir kreativ sein können, dass wir Imaginationsfähigkeit haben. Und das ist im Übrigen auch die Geburtsstunde des Silicon Valley gewesen. Genau, wir können hier jetzt an der Stelle noch ganz, ganz viel weiter diskutieren. Wir haben auch vieles nur ansprechen können. Wir haben eine dritte Frage noch, die möchte ich auch nicht Ihnen vorenthalten, nämlich, die schließt an, an unseren Anfang. Wir wollen von Ihnen wissen, haben wir den technologischen Fortschritt im Griff, ja oder nein? Ich glaube, ich weiß schon so ungefähr, wie es ausgeht, aber wir machen es diesmal nicht nur eine Entweder-oder-Alternative, sondern Sie sollen sich entscheiden, wo ungefähr Ihre Ansicht nach, wir stehen auf einer Palette zwischen eins ganz schlecht und zehn sehr gut. Es pendelt sich langsam in der Mitte ein. Wir gucken da oben noch ein bisschen zu. Ich würde sagen, da ist trotzdem noch Luft nach oben und wir wollen ja auch weiter diskutieren. Während Sie da drauf schauen, haben Sie vielleicht die Chance, auch noch zuzuhören, Frau Feldner. Wir haben China immer nur mal so erwähnt, Stichwort Daten, Nutzung, Umgang. Da passiert ja gerade rasant viel, wo wir uns fragen, droht uns sowas auch mal? Social Scoring ist viel drüber geschrieben worden, geredet worden. Das wird Thema sein, auch beim nächsten Mal. Sie haben auch selbst gerade China besucht. Auch meine anderen beiden Gesprächspartner kennen die Szene dort, genauso wie die in den USA. Sie haben erzählt, dass man selbst, wenn man dort als Ausländer studiert, schon unangenehme Erfahrungen macht. Sagen Sie mehr. Ja, also an der Universität in Nanjing gibt es seit geraumer Zeit für ausländische Studierende ein Tool, das der Vortragende, der Professor, die Professorin benutzen kann oder dazu angehalten ist, das zu benutzen, wenn der Kurs anfängt, und zwar eine App, die mit der ortsansässigen Polizei verbunden ist, wo die Studenten über Anwesenheit oder Nicht-Anwesenheit hingemeldet werden. Zusätzlich hat diese Universität, als ich dort war, angefangen, Kreuze, Drehkreuze an den Eingängen zu platzieren, die man später nur noch mit Chipkartenbenutzung durchschreiten konnte. Das heißt, also jeder Schritt in diesem offenen Haus, Universität, ist sozusagen nachvollziehbar und dokumentiert. Und das ist ja eigentlich in unserer Gesellschaft der Freiraum zum Denken, zum kreativen Forschen und Neuheiten entwickeln. Das fühlt sich erst mal an wie ein kompletter Gegensatz zu unserer Kultur und ist es wohl auch an der Stelle. Genau. Es ist eine völlig andere Kultur, ein völlig anderer Umgang mit Daten und mit Freiheitsgedanken oder mit Technologie, die angewendet wird. Also hier steht meines Erachtens nach der Impuls, etwas zu nutzen, etwas zu verbessern und das gesamte Land sozusagen in dieser technologischen Revolution ganz nach vorne zu bringen, ganz vorne an im Interesse des, vielleicht wahrscheinlich nicht nur der Regierung, sondern auch der Bürger, die darin eine Chance sehen, für sich nach vorne zu kommen, bessere Lebensverhältnisse zu bekommen und auch ihre gesamten Familien mit nach oben zu ziehen, sozusagen. Das, was in einem totalitären Staat möglich ist, das vielleicht als Cliffhanger auch für den nächsten Abend nur als kleines Beispiel, dass da schon auch noch Fragen sind, was geschieht eigentlich mit Daten, was ist möglich. Nicht alles, was wir hier sehr positiv ja beschrieben haben, muss es so bleiben. Wir sind genau in der Mitte. Haben wir noch Zeit für ein paar Fragen oder haben wir, haben Sie noch, hat es irgendjemand ganz einig, sonst würde ich nämlich sagen, wir haben noch Saalmikrofone, eine fünf, also es ist vieles zu tun noch, manches geht gut, wenn Sie vielleicht Ihre Meinung begründen möchten oder wo Sie sagen, wo muss mehr passieren, worüber sollten wir auch reden bei den nächsten Abenden, dann Hand hoch bitte, dann hier vorne und dort vorne hinten, fangen wir mal hier an, sagen Sie auch kurz, wer Sie sind. Mein Name ist Rüdiger Molle, ich bin seit sehr langer Zeit im Bereich der IT tätig und ich habe eine Frage zu der etwas provokanten Formulierung von Herrn Bosch, die da hieß, eigentlich brauchen wir den Digitalpakt nicht. Ich fasse das, was Sie gesagt haben, dazu mal so einfach so zusammen. Wenn das so ist, dann ist das ja eine ziemlich steile These im Vergleich zu dem, was gerade beschlossen ist oder passiert ist, weiß ich nicht so genau. Wie erklären Sie sich gesellschaftliche Mitwirkung, wenn solche Dinge passieren? Dass Sie mit dieser Meinung nicht alleine dastehen, sondern dass es einen ganzen Teil in der Bevölkerung gibt, die das genauso sehen, setze ich mal einfach voraus, man muss nur entsprechende Zeitungen lesen, nicht nur deutsche. Also meine Frage nochmal, wenn dieser Digitalpakt so nicht in Ordnung ist oder zumindest Zweifel daran bestehen, wie konnte er dann so, wie er jetzt ist, beschlossen werden? Herr Wuss. Okay. Also erstens, so habe ich das natürlich nicht gesagt, aber Sie haben es auf die Spitze getrieben und das finde ich schön, dann kann man darüber reden. Ich glaube schon, wir brauchen den Digitalpakt und ich finde auch, wir investieren viel zu wenig Geld da rein. die Frage ist nur, wofür sollten wir das Geld verbrauchen? Um Handys zu kaufen, die jedes Kind sowieso irgendwann kriegt oder Tablets, ist vielleicht nicht die richtige Sache. Vielleicht wäre es schöner, ich sage mal, für eine andere Sorte Bildungsangebot zu sorgen in Schulhäusern, die nicht halb auseinanderfallen. Also ich glaube, dass die Investitionen in Bildung, ich glaube, dass die Investitionen in Bildung, dass wir die viel zu kurz treiben und ich finde es auch absolut unmöglich, dass sich dann die Länder darum kloppen, ob sie da den richtigen Einfluss haben und noch behaupten, dass Bildungsfäderalismus funktioniert. Vielleicht schließen wir die nächste Frage an. Es waren mehrere Wortmeldungen da und auch hinten und an der linken Seite. Ja, Herr Rumge, Sie hatten ziemlich am Anfang gesagt, dass Innovation ist das, was letztlich der Markt bestimmt, was der Markt entscheidet. Also dem möchte ich doch nachhaltig widersprechen. Wenn ich die ständigen Innovationen in der Preisgestaltung zum Sales-Verkauf sehe, dann führt das das alleine ad absurdum. Das Zweite, wenn die Zukunft in Silicon Valley bestimmt wird, dann ist mir um die Zukunft nicht so ganz sicher, bin ich nicht so ganz sicher, auf der richtige Weg ist. Denn ich halte diese ganze Entwicklung so sehr vom Marketing bestimmt, so sehr anti-intellektuell und mehr auf Unterhaltung ausgerichtet, dass ich also hier keine echten Lösungen sehe. Und das Dritte, was ich sagen möchte, ich bin also ein Epelaner mit allen Produkten, und kann nur sagen, der Gehirnforscher Gerhard Hüther hat neulich bei Steingart dazu einen Beitrag geliefert, dass die Würde antastbar ist. Das, was die digitalen Plattformen sich erlauben, dort als Innovation auf den Markt zu bringen, betrifft immer nur ganz kleine Teilsegmente. Wenn ich also heute auf etwas warte, und zwar seit langem, das ist die angesprochene Batterie. Die Batterie oder der Akku, der ganz einfach dazu führt, da passiert überhaupt nichts. Stattdessen habe ich ein Hundertstel Sekunde mehr Videogeschwindigkeit und kann statt 17.000 18.000 Fotos aufnehmen. Also wirkliche Innovationen kommen mir eigentlich dabei zu kurz. Vielen Dank. Geben wir es gleich mal weiter an die nächste Wortmeldung. Und wie gesagt, wir haben ja zwei, wenn Sie, nehmen wir vielleicht erst ganz hinten einmal die Wortmeldung und dann vorne Sie in der linken Seite. Thomas Leppert, mein Name, herzlichen Dank erst mal an die Diskutanten für die sehr, sehr interessanten Beiträge und die, wie ich finde, sehr anspruchsvolle Diskussion. Ich habe bei der Frage, wie gut haben wir den technologischen Fortschritt im Griff, ehrlicherweise ein bisschen zurückhaltend geantwortet, weil ich mich die ganze Zeit frage, ob wir eigentlich schon, und ich gebe die Frage noch mal an Sie weiter, schon genug darüber wissen, wie Technologie eigentlich unser Miteinander verändert. Wir haben relativ viel heute über die Veränderungen oft in der Arbeitswelt gesprochen und ich frage mich aber angesichts solcher Beobachtungen, dass sich unser Kommunikationsverhalten scheinbar schon geändert hat, dass sich unsere Aufmerksamkeitsspanne geändert hat, dass wir möglicherweise völlig neue Solidaritätsformen erleben, Stichwort Flüchtlingskrise, die technologisch auch mit unterstützt werden, ob wir eigentlich schon eine Ahnung davon haben, wie sich das Verhältnis von Mensch zu Mensch oder auch von Mensch zu Institution verändert, wenn wir wissen, dass da ein neuer Player in der Gesellschaft mit dabei ist, nämlich Technologie und künstliche Intelligenz. Vielleicht haben Sie da die eine oder andere Idee dazu. Also ich finde, technologische Player gab es in der Gesellschaft schon immer und ich würde den Ball zu uns zurückspielen. Es hält uns ja keiner davon ab, rational zu denken. Es ist nur so bequem, dem Gerücht zu folgen. Also es liegt total bei uns, den Schritt zurückzugehen, zu sagen, nee, nee, dem Blödsinn glaubt doch keiner und mal drüber nachzudenken. Nur wenn wir es nicht tun, sorry, dann haben Sie recht, die Welt wird für Marketing bestimmt. Und dass wir den Stab nicht aus der Hand geben sollten, hier eine eigene Meinung zu haben und ein eigenes Wertesystem, wenn Sie heute sagen, es gibt große Macht in China und große Macht in den USA, das ist ein sehr unstabiles System. Also die Welt wäre eine deutlich bessere Welt, wenn Europa da sehr viel zu beitragen wird und eine eigene Meinung hat mit eigenen Werten. Und auch die eigene Technologie dazu. Genau. Wortmeldung ganz hinten. Mein Name ist Katharina Koller, ich arbeite ja in der Körperstiftung im Bereich Bildung. Ich habe aber gar keine Bildungsfrage, sondern sie schließt eigentlich an das an, was Sie gerade auf dem Podium diskutiert haben. Wie kann es denn Europa schaffen, technologisch und mit der gesellschaftlichen Gestaltungskraft weiter dabei zu bleiben und im weltweiten Vergleich hier eine Rolle zu spielen? Also es gibt hier ganz positive Signale, nicht? Die Datenschutz-Grundverordnung, so irgendwie schlecht sie in ihrer rechtstechnischen Umsetzung sein mag, hat aber die richtigen Fragen zumindest gestellt. Und interessanterweise guckt jetzt die ganze Welt, inklusive Amerika, auf Europa und fragt sich, kann es sein, dass Europa zumindest in Bezug auf die Regulierung von datenreichen Technologien ein paar Sachen früher erkannt hat als wir. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Im Kern, glaube ich, kann die Rolle von Europa auch sein, die ethischen Debatten rund um, wie verändert Technologie und wie verändert künstliche Intelligenz das Miteinander, früher und intensiver zu führen, als das andere tun. Aber das wird nur dann funktionieren, wenn wir parallel, wie eben angedeutet, selbst technologisch souverän bleiben und nicht durch und durch abhängig oder noch abhängiger werden von zurzeit amerikanischer Technologie und zunehmend auch von chinesischer Technologie, wobei bei der Hardware sind wir es ja bereit. Und insofern, ja, wir Europäer können die Frage stellen, was kann digitale Technologie zu drei europäischen Kernwerten beitragen? Politische Partizipation, wirtschaftliches Wohlergehen für alle in einem fairen sozialen Ausgleich und informationale Selbstbestimmung. Und wenn wir in diesem Dreieck es schaffen, intelligentere regulatorische und politische Lösungen zu finden und eine Vision zu entwickeln, die für andere, die in Autokratien leben und natürlich spüren, dass es nicht angenehm ist, permanent überwacht zu werden, attraktiv sind, dann könnte es sein, dass diese technologisch getriebenen, moralischen Prinzipien und ethischen Werte so attraktiv sind, dass sie in andere Regionen der Welt diffundieren. Und das muss das Ziel sein. Wir nehmen noch drei Wortmeldungen mit. Es waren zwei in der Mitte und eine ganz hinten. Fangen wir vielleicht einmal in der Mitte an, gehen nach hinten und kommen dann nochmal auf die Mitte zu. Ja, mein Name ist Guntram Jungmann und erstmal auch herzlichen Dank für die interessante Diskussion. Nichtsdestoweniger ein paar Fragen bleiben ja immer offen und zwei davon möchte ich jetzt mal adressieren. Das eine ist, ich habe nicht verstanden, warum wir, oder andersrum, wir haben in unserer Welt, in der wir leben, so viele ungelöste Probleme, wahrscheinlich mehr als wir jemals gelöst haben, die wir nicht ohne künstliche Intelligenz, auch nur die geringste Chance haben, sie zu lösen. Denken Sie an die Medizin, an die Pharmazie, an ganz viele Bereiche, wo wir ohne künstliche Intelligenz gar nichts machen können. Wenn wir immer nur aus der Fragestellung heraus argumentieren, ob da irgendwelche traditionell Jobs verloren gehen, dann meine ich, ist die Frage einfach zu kurz gestellt. Und das Zweite ist, der Tenor der Diskussion war ja immer der, wir haben hier, nee, noch eine Frage. Wenn wir so viele ungelöste Probleme haben, die Menschen offensichtlich nicht lösen können, warum sollte ausgerechnet die künstliche Intelligenz dann ausgerechnet den Menschen simulieren? Dann können wir die ja mit denen auch nicht lösen. Und die nächste Frage war die, wir haben die Diskussion so geführt, hier ist der Mensch und hier ist die KI. Muss das denn so sein? Gibt es denn tatsächlich diese harte Linie dazwischen? Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute hier im Raum sitzen, die ein intelligentes Hörgerät haben. Und ich hätte lieber eine intelligentere Brille, mit der ich tatsächlich nah und fern gleichermaßen gut und möglichst auch in der Dunkelheit sehen kann. Ich danke jetzt erstmal für die Fragen. Wir lassen die mal unbeantwortet, denn wir diskutieren ja weiter. Aber wir nehmen die beiden Wortmeldungen noch mit. Erst hinten und dann nochmal in der Mitte. Ja, Dankeschön. Mein Name ist Nico Böse. Hallo, ich arbeite schon seit einigen Jahren als Softwareentwickler und ich beobachte und frage mich, wo kommt das Geld eigentlich für diese Entwicklung? Ich behaupte, die Industriefirmen, die Arbeitgeber, die Arbeitsplätze wegrationalisieren wollen, das sind diejenigen, die diese Entwicklung antreiben. Wie sehen Sie das? Wir sammeln, habe ich gesagt, nehmen die dritte Wortmeldung noch dazu. Also ein Bekannter von mir, der hat keinen Computer zu Hause und möchte gerne die neuesten Lexika haben. Wie ist das möglich, dass man auf dem neuesten Stand ist, wenn es nur noch Computer gibt, eventuell, wo man, aber im Internet finde ich aber auch kein Lexika auf dem neuesten Stand und Wikipedia kann man sich nicht darauf verlassen. Was kann man machen? Das ist jetzt eine sehr praktische Frage. Ich würde erst mal zum Tisch... Also das geht nicht. Also die alten Lexika sind vielleicht von 1980, die man beim Antiquariat oder von 79 und nichts, was jetzt ist, von 2019. Und im Internet, wo findet man was, was auf dem neuesten Stand und korrekt ist? Also erst mal vielen Dank auch für diese Frage. Ich erlaube mir mal, die letzte zu beantworten und empfehle die Bibliotheken in Hamburg, die hervorragend ausgestattet sind und übrigens nicht nur Bücher oder nicht nur ältere Bücher haben, sondern auch hervorragende Möglichkeiten zu Online-Recherche, auch in Büchern. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten und man kann sich da auch gut beraten lassen, was da geht. Geht das also als Tipp an Ihren Bekannten? Die anderen Fragen jetzt, Stichwort zu unserer Diskussion zur KI. Möchten Sie abschließend da noch was ganz Kurzes zu sagen? Sonst nehme ich die mit in die nächsten Diskussionen. Also ich würde dazu nur ganz kurz sagen, der Herr hier in der Mitte sprach darüber, dass Menschen neben den Maschinen standen. Meine Meinung ist, dass die Maschinen dafür da sind, uns das Leben zu vereinfachen. Und daraus ziehe ich etwas sehr Positives und zwar, dass wir auch weiterhin das Handeln, das Heft des Handelns in der Hand haben über die Maschinen. Und darum geht es hier und darum muss es auch in der Politik geben und auch in der Bildung. Das nehme ich mal als Schlusswort von Ihnen. Ich füge einen Spruch noch von Chris Boos dazu. Er ist ja ein Fan von T-Shirt-Sprüchen, wie Sie heute Abend unschwer sehen können. Und einer seiner liebsten Sprüche hat er mal gesagt, sei der, Denken ist wie Googeln, nur krasser. Und das greift auch das auf, was wir tun sollten, wenn wir über technologischen Fortschritt uns die Chancen und Möglichkeiten von mehr KI in Zukunft nachdenken. Wie gesagt, wir machen weiter. Beim nächsten Mal seien Sie wieder dabei, wenn Sie mögen. Herzlichen Dank erstmal an meine Gäste. und danke Ihnen für's Zuschauen. Applaus 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 Vielen Dank.